Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Sondersendung mit mir, Charles-Maurice Fleischhauer und mit Jörg Fuhrmann zum Thema Hypnagogisches Atmen, Hypnose, Trance und die Verbindung dieser Techniken aus dem Bereich der transpersonalen Psychologie zum Schamanismus. Und ja, ich freue mich riesig, heute diese Sendung mit dir machen zu dürfen, Jörg, es ist mir eine große Ehre. Wir beide haben ja thematisch ganz viele Überschneidungen, nur dass du alles irgendwie gefühlt 10 bis 15 Jahre vor mir gemacht hast und professioneller, aber umso umso mehr freut es mich dann heute mit dir über diese Themen sprechen zu dürfen und vielleicht steigen wir auch gleich ein, ein bisschen allgemeiner, vielleicht mit der Frage, was ist denn eigentlich transpersonale Psychologie, was ist das Besondere daran, vielleicht kannst du das mal erklären so zum Einstieg. Ja, also die transpersonale Psychologie ist im Grunde der Versuch gewesen oder erst mal überhaupt die, hatte den Anspruch oder die Idee, wissenschaftlich heranzugehen an Phänomene und Techniken und Methoden und Erkenntnisse und Bewusstseinsbereiche des Menschen, also des menschlichen Potenzials, die jenseits von dem liegen und zwar oftmals deutlich jenseits von dem liegen, was wir normalerweise als alltäglich bezeichnen würden. Also ich meine, in meinem Alltags-Ich, da bin ich jetzt halt der Jörg und stehe da morgens auf und mache so meine Sachen und gehe abends wieder ins Bett und damit machst du dann auch irgendwie die Abrechnung und die Steuererklärung und ich weiß nicht was und das ist halt so dieses hauptsächlich so dieses linear-kausale Sein und Denken und Funktionieren, indem man da quasi unterwegs ist. Und darüber hinaus gibt es aber eben noch eine ganz andere Ebene des Menschseins und das ist auch das Interessante, dass die klassische konventionelle Psychologie gerade diese Bereiche, die Menschen oftmals, wenn sie sie mal irgendwie erfahren haben durch Zufall oder gezielt versucht haben, dort hinzukommen, also durch bestimmte Praktiken, die es gezielt evoziert haben, die die Psychologie aber eben am wenigsten messen kann oder auch sich am wenigsten damit beschäftigt hat, obwohl es eigentlich, wie die Menschen, die diese Dinge erlebt haben, in der Regel sagen, für sie die signifikantesten und wichtigsten und ausschlaggebendsten Erfahrungen ihres gesamten Lebens waren. Und Psychologie hat sich bis zu dem Zeitpunkt dieser transpersonalen Bewegung relativ wenig damit beschäftigt im Mainstream. Es gab immer Ausnahmeerscheinungen wie Assa Jolie, Karl Gustav Jung und auch Viktor Frankl und andere Leute natürlich. Auch Freud hat sich im Grunde am Rande mit diesen Dingen natürlich auch beschäftigt, hat das dann aber häufig anders auch gedeutet. Und natürlich davor auch andere Leute wie dann William James und so weiter. Genau. Und auf diesen ganzen Urgestein, sage ich mal, wurzelt so ein Stück weit das Ganze auch. Und in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre war das ja eben auch dieses sogenannte Human Potential Movement. Das war so in Kalifornien das Ding der Stunde damals, wo man eben, wo es ganz gezielt darum ging, das menschliche Potenzial bestmöglich zur Geltung zu bringen und den Menschen nicht mehr so sehr defizitorientiert, pathologisierend, vergangenheitsbezogen zu sehen und auch nicht so sehr als, ja, nur behavioristisch als Ratte oder Tier, dass man eben mit ein bisschen Belohnung oder Bestrafungssystem, so Tokensystems mäßig eben halt ein bisschen konditionieren muss und dann läuft schon. Also das nannten die Humanisten damals so zynisch Fett- und Schmiere-Therapie. Und darauf aufbauend gab es dann damals eben die Idee, als man dann in der humanistischen Bewegung sehr stark eben genau auf diese ganzen, ganzheitlichen Aspekte des Menschseins geschaut hat, dass Körper und Geist eben ja irgendwie eine Einheit sind. Das war ja damals auch eine Hybris hoch 10. Das war ja sowas zu sagen. Also das war ja alles nur rein kopfmäßig, so dachte man. Und da haben die Humanisten ja sehr stark daran gearbeitet, in der Körpertherapie, die dann da aufkam auch, ausgehend von Reich, der auch mit der Atemtherapie damals schon begonnen hat. Natürlich schon früher, aber das hat sich dann erst in der Zeit so richtig durchgesetzt. Und die systemischen Therapeuten, auch die Hypnotherapie kam dann ja auch erst so richtig zur Geltung. Und in diesem ganzen Fahrwasser, so dass man auch zum Beispiel dann erkannt hat, Moment, eine Familie, eine Firma, ein Dorf, ein Haus, was auch immer. Das sind ja alles Gemeinschaften, auch Systeme, das alles miteinander interagiert. Wenn du jetzt das pathologisch pathologisch erkrankte Individuum da rausnimmst und machst den wieder fit und schickst dem wieder ein gleiches pathologisches System rein, das kann ja keine Lösung sein. Und so war das dann auch. Die Kinder, die dann häufig irgendwie sich mit, weiß ich nicht, zehn Jahren immer noch eingenässt und eingecotet haben, die haben, nachdem sie ins System zurückkamen, das wieder gemacht. Und vorher war es weg dann, als sie raus waren. Und da hat man irgendwann gemerkt, okay, das liegt ja gar nicht nur am Symptomträger, sondern auch am System. Und in dieser ganzen Denke, wo man immer angefangen hat, den Menschen immer mehr holistischer zu sehen und gesagt hat, okay, das Potenzial ist ja noch mehr, als dass Körper und Geist miteinander harmonieren und, ja, dass das stimmig ist und diese verschiedenen Persönlichkeitsfanzetten zu erforschen und so weiter. Dass darüber hinaus ja noch was gibt. Und da haben ja die ganzen alten Kulturen darüber gesprochen, geschrieben, ja, und es gab ja immer auch Leute, die diese Sachen auch erforscht haben, praktisch erforscht haben, manchmal bei den nordamerikanischen Uranwohnern, manchmal in Südamerika, wo dann, wo sie dann geguckt haben, was passiert da eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel Piyote einnimmt oder so, ja. Und genau, diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass dann auch vor allem der Kontakt damals mit Indien und Asien auch verstärkt. Stichwort dann eben zu Gurus, Zen und Buddhismus und Yoga und so. Das hat so dazu geführt, dass man eben angefangen hat zu sagen, okay, diese ganzen Dinge, die sind ja nicht, die haben die ganzen traditionellen Kulturen, diese spirituellen, esoterischen Wege, die haben die ja nicht zum Spaß gemacht, sondern die hatten ja irgendwie einen Sinn, sonst hätte man das ja nicht durchgezogen rund um den Globus in einer kulturell anderen Chiffre oder Ausprägung. Aber man hat es irgendwie auf eine ähnliche Weise, hat man diese gleichen Bereiche angesteuert mit einer anderen kulturellen Chiffre halt, aber das Ziel war ähnlich, oder vielleicht das Gleiche. Und wenn die das so lange gemacht haben, dann muss das ja irgendwie einen Sinn haben. Und wenn man jetzt mit Menschen in der Therapie Kontakt ist und da sind Leute in schweren Krisen oder Durchbruchserfahrungen und so weiter, die haben ja ähnliche Erfahrungen. Und dann hat man auf einmal gemerkt, Mensch, das muss man mit einbeziehen. Und warum soll man, wenn wir vom Human Potential sprechen, vom maximalen Potenzial. Damals war ja auch LSD und so weiter, war ja ganz groß. Und der Professor Nath hat ja kürzlich, vor zwei, drei Jahren, hat er diese Brain Scans gemacht, das Gehirn dann eben normal und auf LSD und dann alles am Flackern, volle Beleuchtung da oben an. Ja, also wenn man jetzt vom vollen Potential redet, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder irgendwie da was einschmeißen muss mit LSD und so. Ich will nur damit sagen, dass man in dieser Zeit damals viel rumexperimentiert hat und dann schon die Idee hatte, dass es doch weitaus mehr gibt, als das, was wir gemeinhin so annehmen. Und das ist dann in dieser Begründung, da war halt der Abraham Maslow, Antoni Sutic und der Stanislav Grof, von dem der Begriff auch kommt, die waren da ganz wesentlich daran beteiligt. Und Maslow hatte vorher erst die Idee, es transhumanistische Psychologie zu nennen, dass es halt über die humanistische hinausgeht. Und Grof hat dann das Transpersonale eingebracht. Also das ist über die Persönlichkeit oder man könnte auch sagen, über die Persona hinausreicht. Über die Maske. Ja, genau. Die Alltags-Ich-Struktur oder Alltags-Ich-Maske, dass es darüber hinausgeht. Das mal so als kurzer Ausritt. Ja, danke für diesen wunderbaren historischen Abriss eigentlich dessen, was transpersonale Psychologie ist oder worin sie verwurzelt ist. Und ich sehe da auch historisch eine gewisse Parallele, wenn wir es so wissenschaftsgeschichtlich anschauen, eigentlich zu der Entwicklung in der Physik. Da hatten wir ja auch im 19. Jahrhundert noch so ein stark deterministisches, materialistisches Weltbild. Und viele glauben noch heute eigentlich, dass die Physik so funktioniert, so nach Newton. Und dann Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann diese Wende. Es gab Albert Einstein. Es gab die Unschärferelation. Selbst in der Mathematik mit Kurt Gödel den Unvollständigkeitssatz der Mathematik. Das heißt, es gab dann verschiedene neue Erkenntnisse in diesen naturwissenschaftlichen Bereichen, die dann letztlich ja auch dazu geführt haben, dass sich die Physik und die Naturwissenschaften ja dann auch auf eine gewisse Weise der Mystik wieder annähern oder dessen, was viele religiöse Systeme seit Jahrtausenden schon lehren. Und in der Psychologie haben wir diese Entwicklung, die du gerade geschildert hast, die verlief etwas analog dazu, wo es dann auch wieder diesen dann dazu führte, dass man dann einfach erkannt hat, hey, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Wir müssen mal in der Vergangenheit schauen, was haben die antiken Kulturen gemacht? Wir müssen mal schauen, was machen achalische Kulturen? Was machen indigene Völker? Was gibt es dort eigentlich für Techniken, für Bewusstseins- und Heilungstechniken? Und inwieweit lassen die sich implementieren? Oder inwieweit lässt sich die westliche Psychologie davon inspirieren in den therapeutischen Praktiken? Und das ist eigentlich interessant, weil sowohl in der Mainstream-Naturwissenschaft, sage ich mal, oder in dem Verständnis davon, als auch in der Durchschnittspsychologie oder Psychotherapie ist das gar nicht so zur Masse eigentlich durchgedrungen, was für bahnbrechende Erkenntnisse dort so in den letzten Jahrzehnten eigentlich gemacht worden sind. Und ich finde es auch immer wieder bezeichnend, wenn man mal guckt, die kassenärztlich geförderten Psychotherapieverfahren, jetzt denken wir an die kognitive Verhaltenstherapie oder die Psychoanalyse, die bewegen sich ausschließlich auf dieser kognitiven, rationalen Ebene. Es wird mit dem Verstand gearbeitet und versucht, darüber letztlich therapeutische Erfolge zu erzielen. Während die Techniken, über die wir ja heute sprechen wollen, die aus dieser transpersonalen Richtung stammen, sowohl den Körper mit einbeziehen, als auch veränderte Bewusstseinsstufen. Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also es gibt ja, also so würde ich sagen, es gibt ja in jedem Verfahren gibt es ja immer gute Leute und mit guten meine ich, die sind alle irgendwie offen und orientieren sich nach allen Seiten und so. Ich denke, das kann man nicht so unbedingt am Verfahren festmachen. Und es gibt ja auch in all diesen Schulen gibt es ja immer auch Strömungen, die dann schon diese Komponente mit aufnehmen. Auch in der Verhaltenstherapie gibt es mittlerweile Ansätze, die da für auch diesen Bereich zunehmend sich öffnen. Nach Alice zum Beispiel diese Sachen oder eben, wie gesagt, Jung ist ja auch analytische Psychologie und der ist ja mit einer der wesentlichen Begründer dieser ganzen Denkungsart überhaupt. So und das kommt so ein bisschen, würde ich dann sagen, darauf auch nochmal an, was für einen Schwerpunkt derjenige liegt. Aber grundsätzlich, wenn jemand natürlich sich da durchs Studium geprügelt hat und dann noch womöglich sechs Jahre oder acht Jahre dann die Ausbildung geschoben hat mit Assistenzjahr und kostenfrei und dies und jenes. Ich könnte mir vorstellen, dass viele irgendwann auch froh sind, dass sie einfach da jetzt dann noch und dann auch einen Platz kriegen. Das ist ja auch noch schwierig, gerade in Deutschland. Dann kostet das meistens auch noch viel Geld, wenn du den kaufen musst, womöglich. Und dann irgendwann bist du, glaube ich, einfach froh, wenn du dann da jetzt drin bist, irgendwie im System und jetzt da halt irgendwie, ja, letztendlich die Lizenz hast zum Gelddrucken, weil du hast dann einfach die Leute, die meisten Therapeuten haben ja einen Vorlauf bis wer weiß wohin, weil das System ja völlig unter, also überfordert ist und unterbelastet, also unterbelegt ist, so würde ich sagen. Und ja, ich denke, dann ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen so eine gewisse Trägheit kommt dann einfach, so eine Systemträgheit. Das kennt man ja aus anderen Bereichen auch. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, dass diese Bereiche nach wie vor für viele so ein bisschen shady sind so und oh Gott, da sollte ich, nee, da riskiere ich doch jetzt meinen Ruf und so. Also das sind meistens eher Menschen aus eher so alternativen Bereichen wie ich jetzt, die nicht diesen Mainstream-Weg gegangen sind, sondern die von Anfang an gesagt haben, nee, ich gehe, ich mache meinen Weg außerhalb des Systems und ich gehe den halt für mich selber. Und ja, solche Menschen sind eher da angesiedelt, weil die anderen haben halt auch irgendwie was zu verlieren, so gefühlt, glaube ich, oftmals. Das ist ein Platz im System und ich stimme dir natürlich mit dir vollkommen überein, man muss differenzieren, weil wie ich das geschildert habe, war etwas vereinfachend. Man kann es nicht jetzt einfach nur in der Methode so festmachen, aber ich wollte eine gewisse Tendenz aufzeigen. Ich glaube, das trifft zu, aber natürlich, es gibt gute und fundierte Therapeuten oder die auch über den Tellerrand hinaus schauen überall. Aber ich gebe dir, also ich gebe dir recht, zum Beispiel, also bei deinem Blickwinkel, wenn man jetzt auf die Zeit, zum Beispiel dieser Gründungszeit damals guckt, da war das natürlich ganz extrem. Ja, da gab es in diese Richtung der Öffnung eigentlich fast nichts und man hat wirklich hardcore-mäßig, also der Behaviorismus, der ist ja auch interessanterweise, also das wissen ja viele gar nicht, im Nationalsozialismus hat man ja diese Pädagogik dann gehabt von Dr. Johanna Hara, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, war ja so der Bestseller, den gab es ja dann bis in die 80er Jahre hinein noch unter etwas anderem Titel. Und da wurde ja ganz klar dann so empfohlen, die Kinder schreien zu lassen, sie nicht zu lange am Körper zu tragen, nicht zu lange zu stillen, sie zu ignorieren und so weiter. Und wo wir heute ganz genau wissen, das macht alles Bindungstrauma ohne Ende und macht empfänglich für entsprechende autoritäre Strukturen hinterher. Und solche ähnlichen Geschichten produzieren wir natürlich auch mit den, wie man aus der Bindungsforschung weiß, mit den Kitas, wenn man die Kinder da sehr früh abgibt. Und ja, diese ganze Sache ist, würde mal gesagt, Hitlers Erziehungsideologie. Das kam eigentlich aus dem Behaviorismus, weil der Begründer, der Watson, der hat das also schon in den 20er Jahren gesagt. Also streicheln Sie Ihr Kind niemals, geben Sie dem Kind nur formell die Hand und so weiter und bestärken Sie es nicht und dies und jenes. Und dann hat er auch gesagt, er könnte aus jedem Kind alles heraus meißeln, was er wollte. Also er könnte aus jedem Kind einen Dieb machen, Bettler, Superstar im was weiß ich was Sport. Und er hat dann mal so diese negativen Konditionierungstests gemacht, wo er dann zum Beispiel einem Kind einen weißen Hase gezeichnet hat und hat dann so ein schepperndes Geräusch gemacht, ja, mit dem Hammer irgendwo draufgekloppt. Und nachher kam eben jedes Mal, wenn der weiße Hase kam, kamen bei dem Kind schon die ganzen Stresssyndrome. Und das hat ja später dann Skinner und Pavlov haben das ja weitergemacht. Und ja, bei Skinner gibt es ja auch ganz unrühmliche Sachen, die da so in seinem Umfeld gelaufen sind. Und einer der Hauptvertreter, also Skinners Buch ist ja auch ganz entscheidend, Beyond Freedom and Dignity hieß das. Und Rogers, der hat ja einen Hauptvertreter der humanistischen Psychologie, der den Klienten eben so einen Mittelpunkt gestellt hat und auf die Ressourcen auch geschaut hat und die Stärken anstatt nur auf das Negative immer. Der hat dann Skinner ja auch sehr damals sehr attackiert, konfrontiert für diese Ideologie eben. Und in dieser Zeit gab es eben sehr, sehr viele, die super mechanistisch auch unterwegs waren. Und den Menschen wirklich rein als Maschine, die man abrichten muss und drillen muss. Und da kamen ja auch dann damals diese ganzen Sozialexperimente auf. Ash und Milgram und diese ganzen Geschichten. Zimbardo natürlich, Stanford Prison Experiment und das Welle Experiment, The Wave und so. Und das passt alles so ein bisschen in diese Zeit. Man hat auf der einen Seite wollte man verstehen, wie ist denn der Nationalsozialismus zum Beispiel, wie ging das? Und auf der anderen Seite hat man aber eigentlich in der Psychologie und so weiter immer noch dieses Abrichten und so weiter gemacht mit Leuten. Und parallel liefen in dieser Zeit ja auch ganz viele andere Experimente mit Menschen, die nicht eingewilligt hatten in solche Maßnahmen. Man könnte schon fast zynisch vermuten, der Nationalsozialismus war ein großes Freiluft-Experiment. Es ist ja auch sehr interessant, das war mir jetzt neu, dass diese pädagogischen Ansätze im Dritten Reich auch amerikanische Vorbilder hatten. Aber es ist ja in anderen Themenbereichen schon lange bekannt und erforscht, dass der Nationalsozialismus in vielerlei Hinsicht auch von angelsächsischen Denkern inspiriert. Weil ich sage nur so Stichwort Eugenik, Sozialdarwinismus. Ja, das Spannende ist ja auch, dass man hinterher dann über diese Rattenlinie die ganzen hohen Nazis dann da wieder rüber geholt hat, die dann wiederum bis in die 70er, bis das aufgeflogen ist, dort dann wieder diese Menschenexperimente in den USA weitergemacht haben. Da waren ja zig Universitäten und Kliniken beteiligt. Da hat der Colin Ross auch einen Psychiater, hat da mehrere Bücher drüber geschrieben. Gab es ja auch ein paar Gerichtsprozesse, die dann für die Betroffenen auch entsprechend positiv ausgegangen sind. Also es ist keine plumpe Verschwörungstheorie, das war so. Ja, und das ist de facto so gewesen. Und da waren unzählige, wie gesagt, Kliniken, Universitäten, Forschungseinrichtungen etc. beteiligt. Das ist nichts Kleines gewesen. Es war im großen Stil. Und da hat man dann zum Teil diese Leute für, die halt das drüben gelernt haben in Deutschland damals, die hat man da rübergeholt und die haben das zum Teil dann auch gemacht. Oder noch abgedrehter. In Kanada war das zum Beispiel der Gutachter von Rudolf Hess. Ja, also der Gerichtsgutachter, der kanadische, der ihn beurteilt hat in Nürnberg, hat selber diese Sachen dann mit Patienten, die nicht eingewilligt haben, also richtig so Folterklamotten mit Elektroschocks ohne Ende und so weiter. Es wurde dann da gemacht. Das ist unglaublich. Du hast vorhin einen Namen erwähnt und ich würde da gerne mal kurz drauf eingehen wollen, für die, die ihn nicht kennen, weil das ist eigentlich von seinem ganzen Ansatz her so eine Art Gegenentwurf zu dieser, dieser Art der Psychologie. Das ist Karl Rogers. Karl Rogers, sein Ansatz dieser klientenzentrierten Therapie, den fände ich immer sehr interessant, weil die kommt recht, ich würde schon fast sagen simpel und harmlos so daher. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, von der, von der Grundhaltung her, die die Rogers gelehrt hat, kann man viel lernen. Eigentlich den Patienten oder Klienten, ich spreche eigentlich ungern von Patienten, den Klienten so in den Fokus zu setzen und ihn erstmal auch bedingungslos in seinem So-Sein, wie er jetzt gerade dort ist, erstmal anzunehmen und ihm einen Raum zu geben, sich, man könnte sagen, zu entfalten und auf eine non-direktive Art dann einen Heilungsprozess anzuregen. Habe ich das richtig wiedergegeben, würdest du das auch so bestätigen oder wie, was ziehst du aus Rogers, wie deutest du sozusagen seine Leistung, weil ich glaube, Rogers ist eine Basis. Ja, total. Ja, also absolut, das ist so, das ist so ein bisschen auch für mich, was Rogers gemacht hat, basiert sehr stark für mich auf der Grundlage auch von dem, was Fritz Perls in der Gestalttherapie als Basis so gelegt hat, auch für viele, für viele Humanisten. Da ist er ja auch so ein Urgestein. Und auch was, auch die Philosophie Martin Bubers, dass der Mensch eben zu sich selbst wird, im Kontakt, in der Begegnung, am Anderen, zum Ich, am Du. Und das ist ganz stark in dieser rogerianischen Bewegung drin, obwohl da auch zum Teil natürlich wie in allen Bewegungen auch natürlich eine gewisse Form von Rigidität nachher reingekommen ist. Deswegen soll Rogers, glaube ich, in seinem letzten Interview gesagt haben, ich habe es nie verifiziert und da hat irgendwie sowas gesagt, ich bin alles nur kein Rogerianer. Und das hat mich wieder zu der Annahme, in meiner Annahme bestätigt, dass diese Schulen letztendlich auch häufig, wenn sie so Selbstzweck werden, sich so kannibalisieren. Also die werden dann eigentlich, wie soll ich sagen, also diese Essenz dieser Person, also bei Ericsson, ja, nein, ist auch so, manche haben die Sprachfehler von Ericsson dann kopiert, weil er hatte ja Kinderlähmung und so. Und das ist natürlich bekloppt, also. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass er gelähmt war, aber nicht, dass man dann seine Schüler, seine Sprachfehler übernommen hat. Ja, da gibt es Leute, die das auch so versucht haben dann. Und das sind alles so Sachen, also man braucht ja keine Heulen nach Athen tragen oder irgendwie so, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist alles, man macht diese, spricht diese Menschen dann so heilig und versucht das alles dann nachzuahmen und so. Und das ist am Ding vorbei. Also Rodgers hat wirklich diese Begegnung, ja, das war für ihn das ganz Essentielle und das wissen wir ja heute aus der ganzen Traumaforschung auch. Das sagt ja Porges auch in der Polyvagal-Theorie und so weiter, dass wir gerade im Kontakt, in der Beziehung, über Gestik, über Mimik, dass wir darüber überhaupt erstmal einen Vagus online kriegen und dann, ja, im Grunde daran dann auch im Hier und Jetzt, das ist auch wieder das Element aus der Gestalttherapie, im Hier und Jetzt daran wachsen können, ja, in der Begegnung. Dafür brauchen wir eben einen anderen. Der andere ist eben das Gegenüber, der Spiegel, weil wenn man selber nur in seiner eigenen Suppe schwimmt, dann erkennt man viele Sachen in dem Moment gar nicht, wo sie passieren. Wenn mein Nervensystem zum Beispiel gerade abdreht und ich in den dorsalen Shutdown rutsche, also in die Starre, in den Freeze, das kriege ich selbst ja gar nicht in der Regel mit, sonst hätte ich das Problem ja nicht. Und dafür brauche ich jemanden im Außen und dafür ist jemand dann ganz wichtig entscheidend, der da ist, mich wahrnimmt, mich spiegelt. Wobei Rogers mit dem Spiegeln das ein bisschen teilweise ins Extrem getrieben hat und die Rogeriana noch mehr und deswegen hat er das vielleicht nachher auch revidiert. Und einer seiner Schüler, der Eugen Tee-Gentlemen, der hat dann ja gesagt, wir wollen nicht nur spiegeln, sondern wir wollen auch hereinlassen. Also wir wollen es auch selber ein Stück weit spüren und da in uns ein Feeling entstehen lassen, ein Felt Sense entstehen lassen, also sprich Gut Feeling, also im ätherischen Bauchhirn und da aus der Resonanz heraus mit dem anderen in Kontakt bleiben. Und das ist ja sehr progressiv gewesen, was der gemacht hat auch, der Gentleman. Was wir dann eigentlich im Grunde heute in den ganzen Traumatherapien nach Peter Levin und anderen Leuten, da ist das ja auch alles drin. Ich glaube auch, was das Besondere dann an Rogers war, seine Arbeiten sind ja, wenn ich das jetzt historisch richtig einordne, so ungefähr in den 50ern entstanden, so roundabout. Und dieser Ansatz, den Klienten in den Vordergrund zu stellen, ihn zu spiegeln, ihn wahrzunehmen und ihn auch erstmal so bedingungslos anzunehmen, das stand ja auch zeitgeschichtlich in einem totalen Kontrast dazu, wie die Psychiatrie in dieser Zeit gearbeitet hat oder wie es in der Psychoanalyse dann ablief, wo es tendenziell immer sehr stark wertend war. Also wo man auch erstmal diese Patientenrolle zugeschrieben bekommen hat oder die Rolle des Kranken oder des Verrückten. Und ich meine, Rogers, der hat sich teilweise mit Psychotikern hingesetzt und denen zugehört und mit denen Gesprächstherapie gemacht und Dinge getan, die in seiner Zeit völlig undenkbar waren, die aber für diese Arbeit, wie wir sie heute machen, eigentlich wirklich schon Standard ist. Also von der Grundhaltung her total banal fast schon. Aber wie gesagt, ein halbes Jahrhundert zurück wirklich revolutionär war. Und was du vorhin auch beschrieben hattest, so über diese Tendenz der Schulenbildung, ich finde ganz besonders extrem ist das so bei der Psychoanalyse. Mein persönlicher Einstieg in dieses ganze Themenfeld Psychotherapie oder Psychologie war die Auseinandersetzung mit Freud. Also ich habe dann irgendwann mal die Traumdeutung von Freud gelesen und da war ich schwer begeistert. Ich finde es auch immer noch, er selbst hat auch gesagt, das ist sein bestes Buch, ich glaube es auch. Und dann habe ich viel Freud gelesen und dann andere Psychoanalytiker aus dieser frühen Zeit und das war erstmal für mich der Einstieg in diesen ganzen Bereich. Und dann habe ich, und die sind natürlich anspruchsvoll zu lesen, Freud ist jetzt nicht einfachste Lektüre, aber ich fand ihn im Großen und Ganzen gut verständlich. Und wenn ich mir jetzt, was ich sporadisch mal mache, dann so zeitgenössische psychoanalytische Literatur durchlese, was hin und wieder mal passiert, weil wenn mich da ein Thema sehr interessiert, dann stelle ich doch immer wieder fest, ich finde die Texte fast schon kryptisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Otto Kernberg denke, den kann ich kaum verstehen. Also das, dann frage ich mich immer, wie kann das denn sein, dass du über so eine Spanne von 100 Jahren in so einer Schule, in so einer Disziplin, dass schon so zu einer so extremen Fachsprache, zu so einem Fachchinesisch wird, zu so einem Jargon für Eingeweihte, dass es schwieriger schon zu verstehen ist als die Urtexte. Und das ist, jetzt reden wir nur über die Literatur, aber natürlich. Ja, ich glaube, das hängt mit diesem Legitimatationsbedürfnis auch zusammen, weil das ja im Grunde ursprünglich keine Wissenschaft war im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Art, ich sage es jetzt mal, Philosophie. Und dieser Mangel, das hat Freud, glaube ich, auch lange stark beschäftigt und da hat er immer sehr stark um diese Anerkennung gerungen. Ich glaube, allein aus dieser Dynamik heraus ist vielleicht auch sowas wie diese Oedipus-Theorie und so überhaupt zu erklären, weil das ja im Grunde grob fahrlässig war, so ein Ding rauszulassen in der Zeit, wo viele Frauen einfach dann Missbrauch auch erlebt haben in der Familie und dann zu sagen, ja, das machen die selber, die verführen den Papa. Und um damals nicht in den Konflikt mit dem Patriarchat dieser Zeit zu kommen, weil da wusste er, glaube ich, ganz genau, wenn er das macht, weil ich denke, er wusste ganz genau, was da abgeht, dann wäre ihm das voll um die Ohren geflogen. Dann hätte er mit seinen ganzen Theorien, hätte er, glaube ich, nicht mehr landen können in der Zeit. Und das muss man, glaube ich, auch sehen. Und dann hat man da darauf aufbauend auch dann lange versucht, glaube ich, so eine Rechtfertigung zu finden. Und dann muss das halt immer akademischer werden und immer komplizierter. Und die Dinge sind ja eigentlich am Ende des Tages, die meisten Dinge sind ja relativ einfach. Natürlich hast du immer verschiedene Gründe und Ursachen, warum bestimmte Dynamiken so und so sind. Aber ganz viele Dynamiken sind doch relativ, ja, wie soll ich sagen, wenn man in Beziehung steht, ja, häufig relativ gut zu verstehen, einfach zu verstehen. Und dieses ganze Verkomplizieren dahinter, das ist genau das, was du sagtest, das ist dann schon fast eher wie ein Kult, hätte ich beinahe gesagt. Ja, es ist ja auch, wie du schon sagtest, die Freud war angetreten mit der Psychoanalyse, um sie als neue Wissenschaftsdisziplin zu etablieren. Und er selbst war ja einem materialistischen Weltbild verhaftet und hat ja auch, war Atheist, hat letztlich ja, hat ja auch noch bis zu einem Lebensende auch mit seinem Judentum gerungen, hat eine seiner letzten Schriften, beschäftigt sich dann mit Moses. Also er hat schon, er war immer so an der Grenze zu diesen Themen. Er hatte ja auch C.G. Jung als Schüler, der ihn da sicherlich durchgerüttelt hat, sage ich mal. Ja, einige sah er Schüler. Ja, ja, einige. Da will ich auch noch zurück so zu sprechen kommen. Er selbst hat aber auch eine Terminologie für die Psychoanalyse gewählt, die eigentlich der Physik angelehnt ist. Denken wir nur an sowas wie Verdrängung. Also Verdrängung ist eigentlich, wenn ich mich in die Badewanne lege, dann verdränge ich das Wasser. So solche Sachen oder seine psychischen Instanzen. Also es war ein bisschen technisch angehaucht, technisch-physikalisch angehaucht, aber trotzdem ja eine interessante Pionierleistung. Nur sind dann auch einige seiner Schüler recht schnell, würde ich sagen, so im gewissen Maße über ihn hinausgewachsen. Ich denke jetzt C.G. Jung, klar, der sich wieder der spirituellen Tradition gewidmet hat. Wilhelm Reich, der mit der Vegetotherapie dann den Körper, praktisch die Somatik wieder eingeführt hat und dann auch festgestellt hat, dass die sogenannten Neurosen sich dann auch in Körperzentren, die verspannt sind, wiederfinden. Ja, und die ganze Sexualtherapie. Also Freud hat da ja nur, ich sage mal, nur drüber geredet, viel drüber geredet. Natürlich kommst du, achso, das wollte ich vorhin auch sagen, natürlich kommst du bei dieser sogenannten Redekur, die ja eine, ich würde sagen, eine Ableitung aus der Hypnose ist, daher kommt ja auch die Couch, kommst du schon auch in tiefere Prozesse dann rein, ja, auch die dann die Bereiche, die sonst nicht so zugänglich sind, durchaus anzapfen, ganz klar. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie zu dem, was zum Beispiel dann eben ein Wilhelm Reich gemacht hat, dann mit seiner Körper- und Atemarbeit, der dann die ersten Sexualberatungsstellen auch in Deutschland gegründet hat in 30er Jahren und so. Das ist alles natürlich eine enorme Pionierleistung auch, die dann wirklich für die Leute auf der Straße auch eine ganz konkrete Lebenshilfe geboten hat. Oder ein Alfred Adler oder Ferenczi oder Otto Rank. Wollte ich gerade sagen, der das erste Mal eigentlich in dieser Szene des Geburtstraum mal in den Fokus gerückt hat. Genau, ja genau. Und die sind ja alle verstoßen worden, die guten, also die wirklich guten Renegaten, die sind ja alle dann vom Vater quasi, vom Papa Freud verstoßen worden. Ich bin damals, als ich damals so Freud-Anhänger war oder, was heißt Anhänger, auf jeden Fall, ich habe ihn als Autor geschätzt, als Philosophen so. Ich fand ihn toll. Ist er ja auch irgendwo so, oder? Da bin ich dann ganz brav in London, als ich mal in London war, ins Freud-Museum gepilgert. Also er ist ja ins Exil gegangen, das ist 1838. Und dieses Museum ist auch atemberaubend. Wer mal da ist, besucht das. Da ist sein altes Arbeitszimmer im Originalzustand erhalten. Und da ist halt auch seine ganze Bibliothek, all seine Bücher. Und in der Führung in dem Museum wurde dann so ein interessantes Detail verraten. Viele der Bücher, die er da stehen hatte, die von seinen Schülern stammten, waren ungelesen. Das konnte man am Buchrücken erkennen, der gar nicht irgendwie durchgeknickt war. Also das heißt, er hat manches, was dann so seine Schüler publiziert haben, selbst scheinbar nicht gelesen. Auch wenn er die Bücher besessen hat. Das fand ich auch irgendwie interessant. Aber wir wollen heute ja eigentlich nicht über Sigmund Freud so explizit sprechen, sondern wir haben jetzt eine Rückschau gemacht, so ein bisschen Psychotherapie, Historie. Wir wollen über die transpersonale Psychologie sprechen und hier vor allem über Techniken, die sich zur Heilung einsetzen lassen, zur Heilungsarbeit und dann auch schauen, haben die gewisse Bezüge zum Schamanismus, aber kommen wir vielleicht später drauf. Und ich würde als erstes gerne mal über dieses Hypnagogeatmen sprechen oder holotropes Atmen oder Atemtechniken und auch einfach mal so für die Zuschauer, denen das vielleicht neu ist, mal so aufwerfen, was hat denn jetzt eigentlich der Atem dann mit unserer psychischen Gesundheit zu tun? Wie hängt das zusammen? Wie kann das eigentlich sein? Ich werde, bevor ich dir das Wort jetzt gleich gebe, eine Anekdote erzählen. Ich war mal ein Yoga-Seminar, was ich bei einem Inder besucht habe. Da ging das um Kriya-Yoga, auch ganz interessant. Und er hat so einen interessanten Satz gesagt, man kontrolliert seinen Geist über seinen Atem. Und das habe ich damals nicht verstanden, war ich dazu noch nicht bereit, aber habe lange darüber so sinniert und dann bin da durch spätere Forschung eigentlich dahinter gekommen, was der eigentlich gemeint hat. Aber vielleicht, Jörg, fängst du jetzt mal an zu erklären. Was hat das mit diesen ganzen Atemarbeiten auf sich? Ja, also hast du ja schon gut getroffen eigentlich. Die Inder haben da ja einfach eine ewig lange Tradition in dieser Erforschung, gerade im Pranayama-Weg des Yoga, des Atems an sich. Und die indische Kultur, Osho hat ja mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Religionen auf der Welt, die westlich und die östlich von Euphrat und Tigris. Und die östlich sind eben die, die halt auch diese Schattenaspekte mit einbezogen haben und nicht dualistisch gespalten haben. Und die eben halt nach wie vor diese Wege der Mystik oder der esoterischen Erfahrung und nicht nur der Exoterik, also der Buchlehren und der Gebäude und so weiter, sondern auch wirklich den direkten Zugang beibehalten haben und weiter zugelassen haben. Wohingegen halt im Westen, also bei uns oder in der abrahamitischen Religion vor allen Dingen, der Mystiker meistens verfolgt wurde oder auf dem Schatterhaufen bestellt wurde oder ja, ne so. Und der direkte Zugang war nicht so, oder ist bis heute nicht so, nicht so ganz beliebt, nicht so gerne angesehen. Sieht man ja auch beim Williges Jäger zum Beispiel, der ist ja auch noch in Klausur geschickt worden. Ja, aber bei uns ist die Mystik richtig in den Untergrund gedrängt worden. Ja, genau. Also wir haben natürlich all diese Traditionen, ich sage mal so Stichwort Rosenkreuzertum, gerade wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, aber es ist was Untergründiges. Das ist so parallel zur Mainstream-Religion haben wir natürlich diese Dinge auch, aber sie sind nicht so zugänglich, wie das jetzt in Indien oder Nepal der Fall ist oder in Tibet, wenn man in diesen Kulturen eintaucht. Ja, und das ist eben den alten Kulturen, die sie langen Traditionen haben, ist es eben erhalten geblieben. Diese ganzen Sachen gehen ja zurück bis in die Vorzeuge, Zeit hin, kann man sagen. Also bevor es diese Hochreligion gab, also wo wir eher diese animistischen, tribalistischen Stammeskulturen hatten. Und da sind diese Sachen ja auch eben schon beheimatet. Und da gibt es eben dann auch gewisse, ja, in diesen Schulen gibt es eben auch gewisse Geheimschulungen, die natürlich nach und nach immer wieder auch dann in den Westen durchgesickert sind. Mal mehr, mal weniger. Bestes Beispiel ist die Tummo-Atmung, die dann von den Tibetern im Hochland gemacht wird, um der Kälte zu widerstehen, das Eis zu schmelzen. So, und da gibt es also sehr viele verschiedene Techniken wiederum, die da halt Sinn machen können. Und wir könnten jetzt vielleicht mal grob unterscheiden zwischen einer Atembeschleunigung, die mehr Feuer reinbringt, die mehr Energie zuführt und den Organismus im Grunde in Wallung bringt, die den Sympathikotonen-Bereich hier ansprechen und eher die Atemtechniken, die wiederum eher diesen Ventravagan-Bereich ansprechen, die eher runterfahren, die eher in den Bereich der Entspannung gehen und die dafür dienen, eben halt wiederum sich zu zentrieren und im Hier und Jetzt anzukommen, ganz bewusst. Und ja, da ist nicht das eine Gute oder das Gute und das andere ist schlecht. Die Dosis macht das, der Punkt ist ja der, das hat Butenko und andere haben das ja beschrieben, dass wir in der modernen Kultur eigentlich alle schon fast täglich in so einer Art Hyperventilation uns befinden, in so einer Art Überatmung, weil wir im Grunde, also viele eratmen, 20 plus mal pro Minute. Und das ist eigentlich eine ungesunde Atemfrequenz. Also er hatte so die Idee, dass man es runterbrechen kann auf acht Mal pro Minute oder noch weniger zum Teil. Und das geht durchaus. Man ist nur meistens den Tag über unbewusst und dann wird man geatmet und man macht dann nicht den bewussten Atemschritt. Und diese Überatmung, die führt aber bei vielen Leuten eben dann wieder in diese Sympathikotoner-Erregung, in den Stress, in dann Herzschlag, Schwitzen etc. und auch in Ängste zum Teil. Also wenn Leute Angst und Panikattacken haben, dann haben die ja in der Regel diese Überatmung am Laufen. Ja, und da wäre dann statt Hyperventilation, Hypoventilation sinnvoll möglicherweise, das zu üben. Und dann könnte man aber auch in die gezielte Hyperventilation gehen. Das ist ja dann beim Holotroman der Fall. Da wird gezielt bewusst sich dafür entschieden, okay, ich mache das jetzt für einen Zeitraum von drei Stunden oder vier Stunden und mache da eben diese Überatmung und dann plus Musik und Sound und so weiter lasse ich das alles auf mich wirken und gehe in diesen bewussten Ausdruck, in Begleitung dann natürlich. Ja, also beim Holotropenatmen ist es halt so, das ist halt auch eine markenrechtliche Thematik aus den USA. Und da darf eigentlich nichts daran verändert werden. Das ist eine ziemlich klar geregelte Struktur, wie das so zu sein hat. Und sobald da was modifiziert wird, darf das nicht mehr so heißen. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren eben sehr viel mich mit Trauma und diesen Dingen beschäftigt. Mir ist auch ziemlich schnell klar geworden, dass in unserer westlichen Kultur eigentlich keiner rumrennt, der nicht irgendeine Form von Trauma an der Backe hat, ja, entwicklungsmäßig oder eben irgendwelche Schockgeschichten. Peter hat das ja auch mal gesagt, Peter Lewin, dass im Grunde schon alleine diese Überwältigung im Nervensystem in der Abwesenheit eines Wohlwollens anderen, da hatten wir wieder das Prinzip von Rogers, dass das schon letztendlich eine traumatische Qualität hat. Also Trauma ist ja eigentlich ursprünglich immer nur, im allgemeinen Verständnis sind immer nur die ganz großen Sachen, wie Naturkatastrophen, Überfälle, Vergewaltigung und so weiter, Unfälle. Und ja, das kann man also nach dem heutigen Verständnis viel breiter fassen. Und wenn man das so breit fasst, dann wird einem klar, es gibt eigentlich keinen, der das nicht irgendwann erlebt hat. Und wenn Menschen mit diesen Dingen in Kontakt kommen, da hat man in den frühen 70ern ist man halt davon ausgegangen, da musst du nochmal rein und dann wird alles gut. Und das ist nicht per se der Fall, das wissen wir heute. Und für viele Menschen ist es eben dann eben eher besser, titrierte, regulierte Dinge zu tun, das heißt, die feinschrittig laufen, wo es darum geht, eben das Toleranzfenster zu stärken, zu erweitern, den Vagus zu stärken, zu aktivieren, in diese soziale Interaktion zu kommen, im Hier und Jetzt anzukommen. Und dann wäre möglicherweise auch eine andere Atemarbeit sinnvoll. Und um dem Rechnung zu tragen, habe ich so jetzt eben mein Ding geschaffen, wo ich quasi diese ganzen neuen Erkenntnisse auch mit einbeziehe und sowohl in die eine Richtung gehe, der Beschleunigung, als auch in die Hypoventilation oder in die Retention. Und da bauen sich ganz viele verschiedene Dinge drumherum. Das ist also keine Methode, in Anführungsstrichen, wo eine Sache gemacht wird, sondern es ist eher eine Art Philosophie auch. Also du hast, wenn man das so zusammenfassen kann, auf Basis des Holotropen-Atmens in Verbindung mit deinen eigenen, ja wirklich jahrelangen Erkenntnissen in Theorie und Praxis, dann letztlich ein eigenes Konzept entwickelt. Eine Weiterentwicklung, aber es ist mehr als nur eine Methode, sondern es ist wirklich ein sehr holistischer Ansatz, wo du ganz viele Bereiche miteinander verbindest. Genau. Und auch eben moderne Erkenntnisse mit verbindest und offen für Neues bist und warst und hast das daraus entwickelt. Genau. Ich würde dir auch zustimmen, ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast über das Trauma, dass eigentlich so viele Menschen oder im Prinzip jeder, mir ist auch keiner persönlich bekannt, ohne Trauma, wie gesagt traumatisiert sind. Und dass unsere Kultur aber so beschaffen ist, also so im sozialen Kontext, dass wir dazu neigen, als Normalbürger in der westlichen Zivilisation das zu verleugnen. Wenn du die meisten fragst, hast du körperliche Wehwehchen, dann sagen sie alle, ja, ich sehe nicht gut und der andere hat einen Nacken. Das ist völlig okay. Grippe darfst du auch mal haben. Aber wenn du dann fragst, und hast du einen Trauma? Wie warst du in der Kindheit oder so? Nee, da wird geblockt. Alles super oder habe ich fest im Griff? Ich meine, das ist ja in Deutschland, Entschuldigung, ja. Naja, und dem ist halt eben nicht so. Sondern die Leute laufen mit ihren, oft ja sogar mit ihren multiplen Traumata, Traumata, durchs Leben, werden dadurch negativerweise geprägt, auch dann in ihrer Beziehungsinteraktion. Das heißt, unser Beziehungsleben leidet darunter. Und wir hatten, wie du es ja auch vorher schon ausgeführt hast, dann wieder aber den Faktor, dass die Beziehungen so wichtig sind zur gegenseitigen Heilung. Das heißt, traumatisierte Individuen, die miteinander in Interaktion gehen, die können sich eigentlich dann in einem gewissen Sinne auch nur noch gegenseitig schädigen. oder destruktive Beziehungsmuster eingehen und leben und Abhängigkeiten und dann wird es immer komplexer. Dann ist das ganze soziale System irgendwann geschädigt. Und das ist eigentlich unsere derzeitige Situation in der westlichen Zivilwelt. Deutschland spielt ja nochmal eine Sonderrolle, würde ich sagen. Und deshalb ist es aus meinem Verständnis eigentlich so wichtig, dass wir so Heilarbeiten leisten und auch eine Aufklärungsarbeit machen, dass mehr Menschen bewusst wird, sie haben da eigentlich einen Bedarf. Sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, sich Heilung zu öffnen, sich auch der eigenen Verletzlichkeit zu stellen. Ja. Und in dem Sinne sind diese ganzen Arbeiten nicht nur medizinisch, therapeutisch zu sehen. Das ist ja eigentlich, ist es eine zivilisatorische, kulturelle Arbeit. Total. Wenn man das wirklich betreibt. Oder wenn man das flächendeckend tun würde. Das ist wirklich etwas, was die Menschheit weiterbringt, was sie aus einem fast schon selbst gewählten Gefängnis irgendwo befreit, in die Chance gibt, auch in der Masse, im Bewusstsein aufzusteigen. Das kann man so sagen, jetzt ohne, dass ich übertreibe, oder? Absolut. Und da ist eben ganz stark auch diese ganze Thematik, deswegen habe ich Deutschland gerade reingebracht, der transgenerativen Traumatisierung. Und da gibt es ja momentan jetzt seit 2005 gibt es ja zunehmend mehr Literatur dazu. Vorher gab es ja fast nichts. Und das ist ja ein riesen Tabu gewesen. Sobald du als Deutscher darauf hingewiesen hast, warst du sofort so irgendwie Revisionist oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, Leid steht immer für sich und ist auch nicht vergleichbar. Und ja, die ganzen Traumatisierungen, die da passiert sind, nochmal ganz davon ab, ob es Kriegsverbrechen waren oder nicht. Einfach nur, dass sie überhaupt, dass sie passiert sind, wie sie passiert sind. Ich meine jetzt mal einfach über die ganzen Jahre der Bombenkrieg und tägliche in Luftschutzkeller und so weiter. Diese ganzen Dinge. Da wird ja erst jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren mal drüber geschrieben. Von der Sabine Bode zum Beispiel gibt es da mehrere Bücher zu. Oder dann von dem Dr. Christian Hardinghaus sehr zu empfehlen. Die verdammte Generation, die vergessene Generation zum Beispiel, die Bücher von ihm. Und da wird dann nochmal genauer klar, was eigentlich die Vorfahren so alles erlebt haben. Und wenn ich hier mit Leuten arbeite und wir gucken mal ein, zwei Generationen zurück, je nachdem, wie alt die sind, dann wird relativ schnell klar, was dazu geführt hat, dass die so sind, wie sie jetzt sind. Weil das sind ja ganz häufig dann diese Überlebensstrategien, die da eine Rolle spielen, die sie irgendwann auch in der frühen Kindheit dann entwickeln mussten, um in einer total pathologischen Situation irgendwie durchzukommen als Kind. Es ist ja auch so, diese Generation, die den Krieg mitgemacht hat, den Nationalsozialismus und dann teilweise in der DDR dann auch noch den Sozialismus, die waren hoch traumatisiert. Also wirklich massiv traumatisiert. Da sprechen wir dann nicht vom Alltagstrauma, was wir alle irgendwie haben, sondern teilweise wirklich durch massivste Gewalterfahrung traumatisiert. Und diese Menschen haben dann Familien gegründet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hochtraumatisierter einen anderen Hochtraumatisierten dann geheiratet hat, die war relativ hoch, weil es gab kaum jemanden, der nicht damit in Kontakt war. Und die haben dann natürlich durch ihren Erziehungsstil, durch ihre unterdrückten, verdrängten, unausgesprochenen Traumata-Konflikte und durch die Konditionierung, die wir gerade besprochen haben und durch die Konditionierung das Trauma weitergegeben. Die haben die nächste Generation dann traumatisiert. Teilweise ja auch durch Prügel, Körperstrafen bei Gang und Liebe. In einer anderen Form natürlich. Es ist dann wieder ein anderes Trauma. Sie haben es weitergegeben. Diese Generation hat es wieder weitergegeben. Und wenn dann jetzt heute jemand kommt als Klient in so einer Praxis wie bei uns und dann eine Arbeit macht, dann könnte man in einem erweiterten Sinne und Verständnis eigentlich sagen, eigentlich therapieren wir gerade noch Kriegswunden aus dem Zweiten Weltkrieg. und stecken dort noch drin. Das wird ja häufig auch so beschrieben, dass das sieben Generationen weitergeht. Und wenn du bei Holocaust nachfolgen, hat man das ja dann auch beschrieben, bei den Urenkeln, die dann irgendwelche Sachen da auf einmal, wo sie ganz klein sind, beschrieben haben, obwohl sie es nicht, selber nicht, nichts davon gehört hatten bis zu dem Zeitpunkt. Da hat man ja auch viel Forschung zu gemacht. Und das ist, das hat man mittlerweile rausgefunden, das ist auch in anderen Kulturen so, die da auch solche Sachen erlebt haben. Ich hatte das selber auch häufiger als Kind. Das ist, wenn mittags, samstags diese Sirene da anging im Dorf und dann immer mal um 12 Uhr heulte, dann habe ich ganz oft so Bilder von Flieger, Tiefliegern gehabt und so. Und ich konnte mir das immer nicht erklären und kroch mir so eine kalte Schweiß hoch und Angst. Und irgendwann fand ich dann mal raus, als ich da etwas älter war. Oh, ja, meine Großmütter sind beide von Tiefliegern, eine hochschwanger und die andere auf dem Feld am Arbeiten angegriffen worden, zigmal und beschossen worden. Und ja, und die eine hochschwanger, die hat noch ihren ganzen Besitz dann verloren, weil dieser Tieflieger sie dann wirklich gejagt hat und hinterher noch das Haus platt gemacht hat, wo sie alle ihr Hapen gut drin hatte und so weiter. Und das war ein Tabu auch in unserer Familie, da hat man nicht so drüber geredet. Und wenn man dann solche Sachen, so Sachen dann herausfindet, dann auf einmal können sich so Dinge auch wie so Puzzlestücke dann einordnen und lösen, wenn das gesehen wird. Das ist ja in der systemischen Aufstellungsarbeit wird das ja auch viel gemacht, dass man da so auf so, ich sag mal, auf so Fundstücksuche geht. Und das ist bei den Atemtechniken, um das vielleicht noch so eben abzuschließen, da kommt das teilweise dann wirklich so raus, als wenn die Leute das selber erleben und wenn es transgenerativ weitergegeben wurde, ist das ja auch so, letztendlich. Und die dann, die das dann dadurch, die dann dadurch gehen und das durcharbeiten in dem Moment, in diesem guten Setting und das hinterher zu einem guten Outcome kommt, dann zum guten Ende bin ich überzeugt im schamanistischen Sinne, dass da eine Transformation stattfindet oder von mir aus auch eine Heilung, im Sinne von Ganzwerdung, für die davor da waren und für die, die danach kommen sowieso. Weil es gibt einfach diese Verbindung. Und da sind wir wieder in diesem transpersonalen Bereich. Genau. Und ich finde es schön, was du hast, auch einen Aspekt reingebracht, das gesehen werden. Das ist auch etwas, was ich aus meiner therapeutischen Arbeit mit Hypnose gelernt habe und immer wieder erlebe. Heilung erfolgt dann, wenn etwas gesehen wird. Also wenn ein Persönlichkeitsanteil sichtbar gemacht wird für den Klienten oder wenn es jetzt um Aufstellungsarbeit geht, die ich auch sehr interessant finde, wenn etwas in der Ahnenreihe gesehen wird, sichtbar gemacht wird. Oft geht es um dieses Sehen und Anerkennen und dann erfolgt wie von selbst eigentlich der Heilungsprozess. Es geht um Würdigung. Um Würdigung, ne? Um diese Würdigung, genau. Um dieses Wahrnehmen und Akzeptieren und dem geht dann oft ja auch ein Vergebungsprozess mit einher. Und was ich so schön finde, so tragisch diese Geschichten sind mit diesen generationsübergreifenden Traumata, sie lehren uns ja im Westen letztlich die Verbindung mit der Ahnenreihe. Also sie bilden für uns ja auch eine Chance, anhand dieses großen Problemfeldes eigentlich altes schamanisches Wissen wiederzuentdecken, für uns nutzbar zu machen, es aus anderen Kulturen anzuzapfen im gewissen Sinne und festzustellen, hey, hier ist in unserer Kultur eigentlich, sind Werkzeuge verloren gegangen, die wir jetzt aber brauchen, um uns dem zu stellen, um das zu heilen. Und da weist uns dieses Problemfeld einfach so deutlich drauf hin. Insofern ist es halt auch eine Chance für unsere Kultur zu einem Wachstumsschritt durch diese Rückverbindung zu altem Wissen. Ja. Und was ich auch noch einbringen wollte, wo wir vorhin über Stanislav Kroff gesprochen hatten und das Holotrope Atmen erstmal als solches, ich finde es sehr interessant, er hat sich ja ursprünglich mit LSD-Therapie befasst und mit dem Gebrauch psychedelischer Substanzen und hat, wenn ich das jetzt wissenschaftshistorisch richtig einordne, dann doch das, als eben das dann in den USA dann irgendwie verboten wurde oder nicht mehr so möglich war, mit diesen Stoffen zu arbeiten, nach einer Alternative gesucht, so personale Zustände oder er nennt es ja Holotrope Zustände mit einer anderen Technik zu erreichen und stieß dann auf diese Atemtechnik, die er dort entwickelt hat, aber letztlich die in anderen Kulturen irgendwo auch nicht unbekannt war, also er hat ja auch viele Leute dann aus dem östlichen Kulturkreis dann eingeladen, Experten und hat dann da diese monatelangen Workshops gemacht, wo sie dann so Sachen dann auch da erforscht haben. Aber es ist doch interessant, das ist eigentlich eine im Westen entstandene Technik, durch, aber dann letztlich durch Inspirationen aus diesen anderen Kulturen entstanden. Das war ja damals in Essilien in Kalifornien, da war ja dieser Schmelztiegel, dieser Kulturen kann es auch sagen und da kam alles so zusammen. Da hat ja Fritz Perls gewohnt und dann Stan war dann da ja auch präsent und hat ganz viele Leute waren da permanent, das war wirklich Virginia Satie und ganz viele Philosophen und ja, Friedhoff Capra und alle möglichen Leute, die dort wirklich zusammengekommen sind an diesem Platz und das war eigentlich so das erste, kannst du sagen, psychospirituelle Seminarzentrum der westlichen Welt so und alle Zentren, die es heute gibt, die basieren eigentlich da auf dieser Grundlage von dem, was damals da war so und da hat sich das so miteinander verbunden. Ja, es ist so, es erinnert ein bisschen, wenn wir so historisch gucken, wie eine Antike, vielleicht wie das Antike Alexandria, da war es eine Riesenmetropole, aber wo man so sagt, im Hellenismus mischten sich dann so verschiedene kulturelle Einflüsse, sondern auch viele Philosophen und Denker dann so geprägt und ja gut abgebrannt ist es noch nicht, zum Glück, aber das noch nicht. Es hat sich aber auch sehr verändert wohl, ich war ja auch mal da und es hat doch schon mittlerweile eher so was Elitäreres das habe ich auch schon gehört, wo dann die Juppies aus Los Angeles und San Francisco da am Wochenende hinfahren und für 4000 Dollar einen Kurs am Wochenende machen irgendwie so und Pseudo erleuchtet zurückkommen. Was ich noch gerne einbringen würde, wenn wir jetzt von einer transpersonalen Psychologie, von diesen Methoden sprechen und ich hatte das ja schon gesagt, veränderte Bewusstseinszustände, dann fällt ja auch immer der Begriff Trance und das ist ja auch so ein Begriff haben alle schon gehört und wo fängt jetzt Trance an, wo hört sie auf, wie wichtig sind Trance Tiefen für Therapie, ist das, was im Holotropen oder Hypnagogen atmen, dann passiert, ist das auch Trance, was sind das für Zustände, ich hatte für mich habe ich so, das habe ich mal so abgeleitet, wenn man mit Hypnose arbeitet, dann ist das ein bisschen sehr präzise an einem Problem oder einem Thema fokussiert, fast wie eine Operation am Herzen mit einem Skalpell, wenn man es gut macht oder es ist ein bisschen so, als würde man das Fenster zum Unterbewusstsein so auf Kipp öffnen und es kommt nur so viel Luft rein, wie wir gerade brauchen, recht kontrolliert und bei einer Atem-Session ist das so, als wenn wir das Fenster einfach aufreißen und sagen so, komm. Das kommt dann auf die Methode an, das meinte ich ja vorhin. Genau, ich rede jetzt so nach Groff, aber das ja, okay, okay. Wenn man das klassische Hulotruppe atmen, dann ist das einfach Fenster auf und Sprung ins kalte Wasser und das fühlt sich dann als Klient schon sehr unterschiedlich an, was da passiert. Das kommt auch auf die Konstitution der Person an. Da gibt schon Sicherungssystem würde ich sagen, in der Psyche auch. Wer dann nicht so innerlich und äußerlich etc. nicht bereit ist, da passiert meistens auch nicht so wirklich viel. Von daher ist da so eine Art Schutz Funktion auch. Aber es gibt natürlich Menschen, für die ist es definitiv too much was da läuft. Was würdest du sagen, wie kann man Trance definieren? Wo fängt Trance an? Ich würde es mal ganz einfach runterbrechen. Du hast auch Hypnose genannt. Ich würde sagen, Hypnose ist auch eine Art von Trance. bestimmte Art von Trance. Da gibt es auch wieder verschiedene Schulen. Wir haben die ericksonianische, dann haben wir den Mesmerismus, der eher körperbasiert ist. Auch daraus resultieren diese ganzen Blitzhypnose-Techniken, L-Man und so weiter. Es gibt verschiedene Schulen, die dann auch verschiedene Zugänge dazu haben. und natürlich haben alle therapeutisch mit arbeiten ein ähnliches Ziel, einen ähnlichen Anspruch dahinter. Bei all diesen Sachen ist es so, dass du letztendlich ein hoch fokussiertes Wachbewusstsein am Start hast, das hoch fokussiert auf eine Sache ist. Was auch immer das jetzt ist in dem Moment, ein Gedanke, ein Bild, ein Blick, eine Geste, irgendwas, was sich da bewegt und so weiter, was für einen extrem hohen Fokus sorgt. Und wir haben also diesen hoch fokussierten Wachbewusstseinszustand. Den hast du natürlich in einem bestimmten Modus im Alltag vielleicht auch. Das hängt ja mit dem Default Mode Network zusammen und wenn das eben auf eine gewisse Weise beschäftigt ist und der Speicher ist da voll, dann bekommen wir auf einmal den Zugang zu ganz anderen Informationsbereichen. Das kann also auch der Fall sein, wenn man eine völlig monotone Tätigkeit macht, wo sich das runterfährt, dann, wie zum Beispiel beim Stricken oder beim Joggen oder beim Autofahren, kennt das der eine oder andere auch, dass er dann irgendwie in andere Bereiche eingetaucht ist, zwischendurch. Und das ist erst mal gar nicht so anders. Man könnte es vielleicht dann da nochmal unterscheiden, diese Spektren der Trance, die in die eine Richtung gehen, ich Kulturen, die eher diese tribalen Kulturen waren, die sich zum Beispiel in Jagdritualen vorbereitet haben oder gewisse Übergangsrituale und so weiter, wo es dann darum ging, sich irgendwie im brennenden Schuhhaken hier reinzustechen, der dann da wieder rauskommt oder sowas. Und ich habe so Sachen in Nepal da auch, er ist nicht so extrem, aber auch so ein paar Sachen da mitgemacht. Und da ist also ja, da sind dann eher andere Trance-Zustände gefragt. Also gut, da Schmidt hat das mal gesagt, so spaßeshalber, möglicherweise gab es auch Kulturen, die schlaff im Sessel gehangen haben, bevor sie zur Jagd sind. Wir haben nur von denen nichts gehört, weil die sind wahrscheinlich verhungert und ausgestorben. Also die sind eher dann nicht jagd erfolgreich gewesen. Und das heißt also, diese extatischen Trance-Prozesse, das ist auch eher so das, was beim Holotropen Atmen eine Rolle spielt. Das geht eher in diesen schamanistischen aktivierenden Bereich rein. Ja, also ich wollte es auch gerade sagen, der Schamanismus arbeitet eher extatisch. Genau. Also eher was extatisches. Was ich oft feststelle, wenn ich mich mit Menschen über Hypnose unterhalte, die jetzt selbst noch gar keine Erfahrung haben, da höre ich oft sowas, ja, mich kann man nicht hypnotisieren oder bei mir funktioniert das eh nicht. Und dann sage ich immer, hast du schon mal ein Buch gelesen, warst schon mal ganz vertieft in der Geschichte oder hast schon mal einen Film geguckt oder hast du schon mal, warst du in irgendwas so vertieft, dass du das was anderes nicht mehr wahrgenommen hast? Ja, war ich, ja, dann warst du schon in einer Trance. Nur bei der therapeutischen Hypnose, bei dieser Trance, schließt du die Augen und du wirst diese Aufmerksamkeit in dein Inneres richten und wirst dich mit dieser Intensität wahrnehmen. Und das ist nichts wieder natürliches, es ist ja eigentlich was total natürliches und auch alltägliches im gewissen Sinne, nur wir haben es verlernt in unserer Kultur, also verlernt es aktiv wahrzunehmen als das, was es ist und verlernt es zu nutzen zur Selbsterforschung, zur Selbstreflexion und zur Heilung. Ja. Und dann gibt es oft so das Missverständnis, ja, muss dann die Hypnose tief sein oder am besten so, je mehr ich dann irgendwie weg bin, desto wirkungsvoller und meine Erfahrung ist eher so, K.O. startet das mit so einer leichten Trance-Tiefe, der Klient ist noch, ja, der sieht dann irgendwas oder nimmt was wahr, aber es haut einen jetzt nicht aus den Socken, aber in dem Moment, wo dann sein Thema, das, was ihn eigentlich wirklich bewegt oder wo man dann in der Regression da rankommt, dann entsteht auch, also dann geht es, sackt man so rein, dann ist man plötzlich voll drin und das muss man auch erlebt haben, das kann ich jetzt schwer beschreiben, weil man ist auf der einen Seite total weg und auf der anderen Seite total da, es ist halt ein verändertes Bewusstsein und in diesem Wahrnehmungsbereich lässt sich dann mit der eigenen Person, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, mit dem eigenen Selbst, mit seinen Persönlichkeitsanteilen in Kontakt treten und da gibt es ja diesen Ansatz, der sogenannten Ego-State-Therapie, die mit diesen Ich-Zuständen arbeitet, den finde ich sehr spannend, ich glaube, das Ehepaar Watkins hat das entwickelt und das ist eigentlich ein Modell dann auch der Persönlichkeit, was sich aber anders als Freud, der sein Persönlichkeitsmodell, ich würde schon sagen, fast eher so theoretisch hergeleitet hat, ist es so ein Modell, was wirklich aus praktischer Arbeit mit Klienten dann so über lange Jahre so entstanden ist und das Ja, ich glaube, es ist schon eher entstanden, er war ja beim USS auch bei dem Geheimdienst und hat dann da auch schon mit Hypnose damals wohl rumhandiert und was ich so mal gelesen habe, so habe ich es nun mal gelesen, bin mir nicht so ganz sicher, ob das 100% wasserdicht ist jetzt, aber das ist so eine Info, die ich mal hatte und daraus sind dann wohl auch so bestimmte Erkenntnisse auch entstanden, weil man in dieser Zeit, gerade der 40er und 50er sehr viel auch da schon wieder geforscht hat, was kann man mit Menschen machen und da wurde Hypnose also auch favorisiert für bestimmte Manipulationszwecke und wenn Menschen zu dir hinkommen und sagen, nee, das geht bei mir alles überhaupt nicht, das sind ja häufig dann die Leute, die auch jetzt gerade so dieses Ding mit der Show im Kopf haben und dann gesehen haben, dass der da jetzt ein Bubi-Car für ein Audi R8 hält oder so und damit über die Bühne pst, ja, sowas halt haben die dann im Kopf, aber das, die hypnotische Prozesse sind ja viel subtiler und die laufen die ganze Zeit im Alltag auch ab, permanent, ich sage nur Stichwort Werbung, ja, wenn das nicht funktionieren würde, dann würden die ganzen Leute nicht, die sowas buchen, da Milliarden im Jahr und Abermilliarden für ausgeben und das ist letztendlich, ja, ist letztendlich eigentlich nichts anderes. Worauf ich jetzt noch näher eingehen wollte, weil da wollte ich so einen Bogen sparen, in dieser Arbeit mit den Ego-States, mit den Ich-Zuständen, ja, da geht es dann eigentlich darum, dass man verschiedene Persönlichkeitsanteile hat und die sind jetzt aber nicht feste Schemata, das ist nicht so, wie man hört das ja oft, das innere Kind, als ob man jetzt so dem einen inneren Kind begegnet, das können unter Umständen ganz viele innere Kindanteile sein oder Ja, das ist erstmal ein Modell, ne, genau, das ist der Punkt, das ist ein Modell und es gibt diese Einteile ja auch nicht wirklich, das wird dann auch häufig von Menschen immer sehr stark so fixiert und festgenagelt und dann haben die da wieder eine neue Neurose, hätte ich beinahe gesagt, ja, mit diesen Anteilen, also das sind ja alles nur Krücken und Landkarten und es ist auch nicht für alle dieses Modell nicht für alle hilfreich und gut, es gibt auch Menschen, die das eher verwirrt, für die ist das dann nicht unbedingt eine Hilfe und für andere ist es aber eine Hilfe zu gucken, okay, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir sage, ich habe da so einen inneren Bereich in mir, der ist mit dieser Gefühlswelt X gekoppelt, das ist so eine Dynamik, die tritt dann und dann immer auf, die wird da und dadurch immer angestoßen und aktiviert und dann rutsche ich in folgende Überlebensstrategien, Verhaltensmuster rein, dann fühle ich mich so ein bisschen wie sieben so und dann ist das vielleicht so von meiner siebenjährigen Seite von damals, ist das wirklich so eine, ja so ein Teil, der sich quasi so eine Facette, die sich überlebt hat bis heute. Das Problem bei dieser ganzen Dynamik ist mit der inneren Kinderarbeit, dass das häufig sehr stark dann auch regressiv ist und einlädt, regressiv zu werden und zu sein und es gibt ja auch Hypnoseansätze, die präferieren das, Regression um jeden Preis und in der modernen jetzt Entwicklungstrauma-Arbeit macht man das zum Beispiel wiederum überhaupt nicht, da geht man immer vom Erwachsenen-Ich aus und schaut von heute zurück auf damals, was hast du damals gemacht, um damals gut zu überleben und da sagt man eben häufig, dass diese Ego-States eher noch eine Konfusion wieder hervorrufen können bei Menschen. Ich wollte auch gar nicht unbedingt jetzt auf die Wirksamkeit oder so eingehen, worauf ich hinaus wollte, war einfach, man hat durch die Forschung mit Hypnose einfach festgestellt, es kann sowas geben, die Persönlichkeit ist nicht so statisch, das ist nicht das eine Ich oder innere Kind und weil ich diesen Bogenspann wollte jetzt wieder zu schamanischen Kulturen. Okay. Es gibt auch in manchen schamanischen Kulturen auch die Vorstellung der Mensch mit mehreren Seelen oder Seelenanteile oder es gibt diese Vorstellung einer geistigen Welt mit Geistwesen und manche Dinge, die ich in meiner praktischen Arbeit mit Hypnose an mir selbst oder mit Klienten so auch erfahren habe, die berührten diesen Grenzbereich, wo man eigentlich, wo man mit Persönlichkeitsanteilen, mit Wesenheiten in Kontakt tritt, wo ich das Gefühl hatte, es ist jetzt nur noch kulturelle Definitionssache, nur noch Chiffre, wie ich das benenne. Ist das jetzt ein Ego-State oder sowas oder ein Ich-Zustand? Ist das ein Teil der Person? Ist dort etwas in der Psyche, was mit außen verknüpft ist? Kann ich das, ist das ein Geistwesen? Sind wir im spiritistischen Bereich? Das kann man natürlich so nicht sagen. Und das fände ich interessant. Also da gibt es eine thematische, irgendwo dann so eine Grauzone, eine Überschneidung. Ich meine, selbst das Wort Dämon geht, wenn ich mich nicht irre, aus dem Altgriechischen, das ist dann glaube ich ein Daimon und das heißt so viel wie Angst. Ja. Also die Dämonen sind Ängste, sowas auch im Verständnis dann der antiken Griechen. Das heißt, vielleicht müssen wir da auch für Sokrates war sein Daimon ja ein ganz wichtiger Berater. Der hat ihm ja auch am Schluss geraten, er soll sich nicht verteidigen und er musste dem Folge leisten. Er hat gesagt, der hat mein Leben lang, hat er mich für mich gesorgt und hat mir so viel Gutes bewirkt, ich muss dem jetzt innerlich folgen. Also wir würden das heute dann so in der Mainstream-Esoterik-Führer nennen. Ja, genau. Also ich wollte einfach darauf hinaus, es gibt in diesen Trance-Zuständen einen Wirklichkeitsbereich, wo es dann echt definitorisch schwierig wird. Schwierig. Ja, ja, ja. Also zumindest schwierig wirklich für die westliche Wissenschaft und dann auch für oder für die Psychologie. Absolut. Was ist das eigentlich? Womit kommunizieren wir jetzt? Genau. Und gibt es Anteile in meiner Persönlichkeit, die vielleicht so transpersonal sind, die dann auch mit Ahnenreihen verknüpft sind oder wirklich mit äußeren Kräften, das dann fraglich ist, was bestimmt mich und mein Handeln eigentlich? Ich sage jetzt auch mal so, Stichwort werfe ich mal so in den Raum, Besetzungen oder solche Dinge. Und das finde ich thematisch total spannend. Und das ist ja genau das, dass in diesem transpersonalen Raum geht es auf. Und da geht der Kanal auf und dann kommen die Infos da durch. Und du dienst dann wie so eine Art Kanal in dem Moment, bist wie so eine Art vielleicht Medium, auch für die Information vielleicht einer Vorfahren. Ich habe auch mit vielen Leuten hier so Sachen erlebt, wo dann jemand, wo noch der Vater auf der Gusloff war und die dann da versenkt wurde und den ich hier habe, das ist der Enkel und der hat dann irgendwie diese immense Kälte von auf einmal in den Beinen und überall. Und ja, und da kommt das in dieser Session nachher raus. Der Vater ist dann da gerettet worden von einem dieser Minensuchboote, die die Leute da noch rausgezogen haben. Und das ist für denjenigen, der das gerade in dem Moment erlebt, total authentisch, diese eises Kälte und schlottert am ganzen Leib und so weiter. Und das kannst du nicht hier von der Birne her machen. Das ist ein Top-Down-Prozess, kein Top-Down-Prozess, sondern ein Bottom-Up-Prozess. Also es kommt vom Körper nach oben und das ist nicht rein über den Verstand intellektuell zu lösen. Und das ist genau der Punkt, dass in diesen erweiterten Bewusstseinsräumen wir auf einmal den Zugriff kriegen, auch auf Dinge, die nicht direkt meine Familie vielleicht betreffen, meine Vorfahren, sondern vielleicht auch die gesamte Kultur betreffen oder die gesamte Menschheit betreffen oder auch das Tier und das Pflanzenreich betreffen oder das Sein an sich betreffen. Und das ist für viele Menschen in dem Moment, wo sie das erleben, total evident und authentisch. Und das ist für die auch in dem Moment mega bedeutsam, auch wenn es jetzt sich komisch anhört, irgendwie ein Thunderbär zu sein oder ein Koala-Bär. Ich hatte mal so einen Manager in einem Kurs sitzen, das wurde ja auch viel, in der Vor-Corinna-Zeit wurde das ja auch viel gemacht in Gruppen und ich mache das ja hier hauptsächlich sonst in Einzelarbeit auch. Aber der hat das dann so gesagt, für so einen Kopftypen wie mich, Leute, ich sage euch das, ist es ein verdammtes Risiko, sich mit einem Eisbären auf einer Pyramidenspitze zu verabreden. Da hat natürlich der ganze Saal erstmal schallend gelacht. Und in dieser Gruppe hatten dann irgendwie andere auch noch dieses, der Nächste hat dann die Nacht drauf vom Eisbären geträumt und der Übernächste hatte das dann auch in seinen nächsten Session, so setzen sich so Sachen dann tatsächlich auch fort. Also wenn so ein Feld entsteht, dann entstehen auch in Gruppen auf einmal so Dynamiken, wo dann in der Gruppe bestimmte Sachen thematisch auftauchen, obwohl die Leute noch nicht miteinander darüber geredet haben zum Teil auch. Das ist ganz spannend. Das habe ich auch schon erlebt, als ich auch Teil war von therapeutischen Gruppen. Das ist eigentlich, wenn man dafür feinfühlig ist oder wenn in der Gruppe offen kommuniziert wird, bekommt man das immer wieder mit, dass das tatsächlich passiert. Das ist so, Stichwort morphogenetisches Feld oder wie auch immer das dann. Gibt es ja viele Erklärungsmodelle für. Genau, stattfindet, aber es gibt diese Phänomene. Und es gibt ja auch in der Hypnotherapie eine Technik, dass man mit inneren Helfern zum Beispiel arbeitet. Dass man dem Klienten einfach die Suggestionen mitgibt. So und jetzt erscheint dein innerer Helfer zum Beispiel. Man kann auch ein innerer Lehrer oder was auch immer sein. Bei mir ist es dann immer ein innerer Helfer. Da finde ich es so spannend, dass man das dann oft gemacht hat, oft begleitet hat, was bei den Menschen dann so als innerer Helfer teilweise so kommt. Was die wahrnehmen. Manchmal sind es Tiere. Das habe ich oft erlebt. Oder manchmal bei einem war es auch mal einfach der Wald oder die Natur als abstraktes. Und es sind auf jeden Fall so Dinge, die man dann auch aus schamanischen Kulturen kennt. So wie Krafttiere, der Spiritus, der Natur, solche Sachen. Und das ist dann so einfach faszinierend. Dann sitzt du hier in einer hochzivilisierten Großstadt, machst so eine therapeutische Arbeit und denkst du, wow, das hätte ein Mensch der Steinzeit genauso wahrgenommen und empfunden. Und wir sind immer noch diese Gattung Mensch. Das ist in uns. Und wenn wir dann in der Trance nach innen schauen und uns unseren inneren Helfer begegnen, dann sind es unter Umständen Krafttiere. Dann kommen da Sachen, da hat man vorher überhaupt nicht mit gerechnet, dass man mit sowas was zu tun hat. Es sind ganz normale Menschen, da sitzen jetzt nicht die völlig Verstrahlten von der Esoterikmesse bei mir und erleben das. Und dann Menschen, die das vorher so gar nicht für möglich gehalten hätten. Spannend ist ja auch, wenn dann noch so Synchronicitäten, wie Jung das nannte, auftauchen und Menschen das gerade erlebt haben und dann draußen in der Natur irgendwie rausgehen oder nach Hause fahren und dann auf einmal etwas erleben, was sich genau damit deckt oder womöglich das Tier noch treffen. Ja, so. Also was ich auch erlebt habe, manchmal nicht immer. Also bei mir ist es zum Beispiel so in der Hypnotherapie, wenn ich jetzt jemanden dann durch die Hypnose in Trance führe, dann fokussiere ich mich ganz intensiv auf den Klienten. Das heißt, ich habe zwar die Augen offen, aber ich bin auch in einer Trance. Ich bin nicht so wie der jetzt weg, aber alles, was er mir sagt, das löst etwas in meinem Geist aus. Ich bin in Trance, also das kann man nicht anders nennen. Mit dabei, ja. Mit dabei. Nicht so weit drin, dass der nachher dich frei rauszählen muss. Nein, ich bin immer noch der Reiseleiter. Ja, genau. Oder Reisebegleiter, aber ich bin auch auf der Reise. Und nicht immer, es soll jetzt auch keine fantastische oder Angebergeschichte sein, aber es ist ein paar Mal schon vorgekommen, dass mir jemand in dieser Trance der Klient etwas schildert, zum Beispiel eine Situation, wir haben jetzt eine Regression gemacht, einen Raum, ja, ich bin acht Jahre und bin zu Hause und beschreibt mir das und während er es mir beschreibt und ich bin auch in dieser Leichentrost, nehme ich das, löst es Bilder in mir aus. Ich stelle es mir vor. Ja. Und dann irgendwann ist die Hypnosesitzung zu Ende, wir unterhalten uns darüber, sind alle wieder im Wachbewusstsein und dann frage ich einfach, so in meiner Vorstellung war vorne ein Schreibtisch und links war die Tür und dann sagt er, woher weißt du das, so sah das Zimmer aus. Also es gibt, manchmal habe ich das Gefühl, dass es gibt so Informationsfelder und wenn sich beide durch Trance da veröffnen, kann es passieren. Das ist jetzt aber nicht immer so, dass es sind Ausnahmen, aber dass man da wirklich so Informationen anzapft oder damit in Verbindung steht, wo man hinterher wirklich fasziniert ist und denkt, okay, wow, so, ja, ich habe es auch irgendwie wahrgenommen. Wichtig ist es dann einfach, also ich sage mal, ein professioneller Begleiter, eine professionelle Begleiterin, die stellen das natürlich dann nicht als absolut hin, sondern bieten das einfach an. Ja, natürlich, als absolut. Ja, es gibt ja häufig in den spirituellen Szenen dann Leute, die dann, ah, jetzt, ich habe genau gesehen, bei dir ist das und das und dieses und jenes und ich weiß es und ich bin durchgesagt worden und das ist dann sehr missbräuchlich schon schnell wieder. Genau. Ich habe das bei dir jetzt auch nicht so verstanden. Ich will das nur noch mal einbringen, weil ich sehr viele Menschen auch hier gehabt habe, da habe ich auch ein paar Videos zu gemacht in meinem YouTube-Kanal, die da einfach sehr viele missbräuchliche Sachen auch zu erlebt haben. Das wird beim Familienstellen auch gehen, das soll wie auch in der Hose, wenn da sowas übergestülpt wird und das nicht gut gemacht wird zum Beispiel. Aber in der Hypnose ist das natürlich auch prädestiniert. Da kann man auch sehr gut dann so False Memory Syndrome und solche Dinge, also falsche Erinnerungen, einprägen. Das ist tatsächlich dann auch therapeutischer, emotionaler Missbrauch, könnte man schon sagen, auf eine gewisse Art. Nein, 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 das ist klar. Das ist natürlich, das ist ein Grenzbereich. Nein, also absolut. Einfach nur als Randbemerkung. Ja, ja, klar. Wovon ich jetzt spreche, das ist ja auch nicht jetzt Standard, sondern Ausnahmesituationen, wo es dann so war, dass man hinterher drüber gesprochen hat. Ich habe ja auch nicht immer, wenn jetzt jemand mir, was weiß ich, ein Gebäude schildert, eine genaue Vorstellung, aber es ist halt schon mal vorgekommen und je nach Klient und wie dann das Gespräch ist, manchmal kann man dann ja auch nachfragen und sagen, wie sah das denn jetzt in Wirklichkeit aus und passt es oder passt es nicht. Aber worauf ich hinaus wollte war, es ist grundsätzlich möglich. Es ist möglich, dass man durch Trance so Sachen wahrnimmt, was so in diese Richtung übersinnliche Wahrnehmung könnte man gewissermaßen sagen oder so würde man das dann so labeln. Was in diesen Bereich reingeht, was jetzt wirklich über das, was in so einer, was jetzt bei der standardmäßigen kognitiven Verhaltenstherapie bestimmt nicht passieren würde. Also ich halte nichts für unmöglich, aber ich sage mal so, das Auftreten dessen erfordert auch eine gewisse Rezeptivität der Beteiligten und dann einen gewissen Rahmen und Raum dafür und das Heilige entzieht sich ja, wie wir beide wissen, dem Profanen und da ist einfach ja viel zu viel auf der weltlichen Ebene wahrscheinlich dann angelegt und da kommt das einfach nicht so, rutscht das nicht so rein. zeigt sich das nicht so. Es ist ein scheues Wesen. Dann hätte ich noch eine Frage für dich. Du warst ja auch in Nepal, hast dort Kontakt gehabt zu Schamanen und warst sich intensiv auch mit, ich glaube auch in anderen Ländern mit schamanischen Traditionen befasst und es gibt ja so eine Tendenz dann auch in Europa, so eine Esoterik-Szene, so eine Art Neo-Schamanismus einzuführen oder Leute bezeichnen sich selbst als Schamanen, wo ich immer so manchmal denke, Schamanismus tolle Sache, aber es ist sehr kontextgebunden, sehr ortsgebunden. Meiner Meinung nach lässt sich, als Beispiel, ich war ja auch mal in Nepal, nicht so intensiv wie du, aber wir kennen da auch dieselben Schamanen zum Teil, witzigerweise so, also ich habe auch eine gewisse Vorstellung davon und denke dann immer, das lässt sich nicht so einfach hier so implementieren, wie funktioniert das? Also worauf ich hinaus will oder was die Frage eigentlich ist, wie können wir konkret schamanische Traditionen für uns nutzbar machen, ohne aber so diesem Irrtum sozusagen zu unterlaufen, dass wir sie so eins zu eins übernehmen, diese Gratwanderung, wie kann das gelingen, was ist, ich meine du hast ein sehr fundiertes Wissen dazu, sowohl schamanisch als auch psychotherapeutisch oder psychologisch, was ist deine Meinung dazu? Ja, es ist eine gute Frage und ich finde, es ist auch eine sehr schwierige Frage, die ich für mich auch nicht abschließend beantwortet habe bis heute, von daher muss ich das ein bisschen offen lassen, aber was du beschreibst, das habe ich auch oft so erlebt und das ging für mich auch überhaupt nicht und dieses so eins zu eins zu adaptieren und das macht auch gar keinen Sinn, weil wenn du alleine nur die Mythen von bestimmten Kontinenten dir anschaust, die sagen ja häufig genau das Gegenteil aus, das hat dann was damit zu tun, dass die einfach auf der anderen Seite des Erdballs sind und dann die Sachen zum Beispiel andersrum beschreiben oder ähnliches und wenn du das jetzt eins zu eins adaptierst, woanders hinbringst, macht das schon wieder wenig Sinn. Dazu kommt, was du ja auch schon gesagt hast, der kulturelle Container ist ja ganz wichtig. Was macht denn ein Schaman zum Schamanen? Das ist ja vor allen Dingen die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die ihn dazu machen und wenn das quasi nicht da ist, dann ist das Amt an sich schon wie obsolet, also das macht keinen Sinn. Und nichtsdestotrotz kann man eine schamanistische Arbeit machen mit Leuten. Ob man sich deswegen jetzt dann Schamane nennen sollte, das wage ich mal in Zweifel zu ziehen, weil eben dieser kulturelle Container und Kontext auch fehlt. Dann ist ja auch so, wenn du mit Westlein jetzt anfängst, nach bestimmten Sachen zu arbeiten, von wer weiß wo, das hat natürlich auch eine Wirkung, vor allem wenn derjenige eine gewisse Rezeptivität mitbringt dafür, aber grundsätzlich sind die ganzen Symbole, Handlungen, Haltungen, Worte etc., das ist alles fremd. Und das ist auch schon wieder ein Punkt, der sehr schwierig dann dabei ist. Ich sage mal, die Eroberungszüge hier nördlich der Alpen, der Römer und Karl der Große und andere Kandidaten hinterher, die haben da ja ganze Arbeit geleistet und haben dort unser Erbe quasi wie die heiligen Eichen und so weiter rasiert. Und da die das nicht aufgeschrieben haben, haben wir da auch so gut wie keine Überlieferung, außer ein paar von den Besatzern. Und wie Besatzer, Besetzte beschreiben, wissen wir ja alle, Tacitus und so, dass das alles nicht so, ja, dass es eben ein sehr einseitiger Blickwinkel auch ist. Das heißt, wir haben eigentlich fast null Infos. Man kann also, wenn man jetzt hier anfängt, was zu machen, dann kann man eigentlich nur gucken, dass man über eine, viele gehen einfach nur über das Gefühl, ja, das ist, kann man auch machen, ja. ich würde sagen, so ein Mischweg irgendwie, dass man schaut, okay, ich mache auf der einen Seite mein Fenster für die Intuition auf, da kann ich mich aber auch sehr häufig stark drin verirren oder damit irren, ja, das Wissen auch noch im Kopf halten und ich fange an, auf einem anderen Weg nochmal Dinge zu erfahren, zu lernen und ich glaube, das muss ja ein Sehler für sich selber rausfinden, was oder wie er, weil wir diese Kultur eben nicht haben, was oder wie er dafür sich adaptieren kann und möchte, was auch Sinn macht einfach so. Und das war bei mir auch immer schwierig mit den schamanischen Lehrern, die ich so hatte in den traditionellen Kulturen, die wollten dann auch immer gleich, dass du das eins zu eins so machst und so und das ist für mich dann einfach, habe ich so gemerkt, die haben häufig auch, also was heute die Schamanen sind, das waren ja so in den 70ern die indischen Gurus und die haben beide so das gleiche Problem, ja, also alle haben irgendwie ein Thema auch mit dem Geld meistens, weil die sehen die Wester als laufende Ressource vor allen Dingen ist auch verständlich, würde ich wahrscheinlich auch so sehen an deren Stelle und das andere ist eben halt natürlich, dass sie wenig Verständnis häufig haben für die westliche Psyche und das ist auch der Grund, warum da auch viele Leute auch in den 70ern schon abgeschmiert sind, also völlig dekompensiert sind, weil das gar nicht so eins zu eins für die machbar ist, die Leute im Westen oder dass die Sachen gar nicht funktioniert haben und dann die Gurus und so bei den Therapeuten rumgehangen haben und verstehen wollten, warum das nicht funktioniert, was sie da machen, ja, also das ist glaube ich auch ein großes Thema und ja, das ist aber wie gesagt im Yoga und so weiter auch nicht so oder im Tantra und so weiter gibt es diese Geschichten ja auch, dass da Leute sind, die nach Indien fahren und hinterher sind sie völlig neben der Spur, ne. Ja und das ist was, ich fand es wichtig oder das wäre jetzt ein Punkt gewesen, den ich auch noch anführen wollte eben, dass ich dann doch in den unterschiedlichen Kulturkreisen dieses psychische Grundgerüst der Menschen, zum einen die Mentalität, die Prägung eben auch, vielleicht auch durch eine sich unterscheidende Traumatruktur, so anders zeigt, dass die Menschen dann auf diese Techniken wirklich unterschiedlich reagieren und hat da auch die, einfach die Weltbilder spielen eine Rolle. Also wenn man in Nepal im Bergdorf ist und jemand kommt dort zum Schamanen und dieser Schamane stellt eine Diagnose und die hat dann wahrscheinlich mit, vielleicht so sage ich mal, mit der geistigen Welt zu tun oder mit religiösen Narrativen, ich nenne es jetzt mal religiös, da kann man dann auch wieder drüber streiten, aber so mit diesen Faktoren, dann ist das dann für so einen Nepali völlig annehmbar. Der bewegt sich in diesen Bildern, der weiß dann, was für ihn Shiva ist und Shakti und all diese Dinge. Der hat auch den festen Glauben, dass der Schamane ihm helfen kann, dass der Schamane mit diesen Kräften in Verbindung steht. So und dann ist das Ganze ein abgerundetes Bild. Überträgt man das so hier in den Westen, dann kommt irgendwie so ein unheimlicher Bruch und der westliche Mensch... Es gibt ja jemanden, der Michael Hanna zum Beispiel, der hat das ja versucht, auch auf westliche Weise zu adaptieren. Und da gibt es ja auch Tendenzen, zum Beispiel gibt es so schamanische Ambulanzen, heißt das in Wien und verschiedenen Städten, auch in Westeuropa, wo dann Leute teilweise in die Kliniken gehen und damit Leuten dann so Sachen machen. Und das ist in Nepal ja auch so. Nepal hat ja mit eine der höchsten Dichten an Schamanen im ganzen Land. Und die haben natürlich auch die modernen Krankenhäuser. und trotzdem gehen da die Schamanen auch ein und aus und arbeiten dann mit den modernen, westlich orientierten Medizinern zusammen. Das ist vielleicht auch mal eine Idee, dass man sagt, okay, wir haben ja die Medizin für die Physis und wir brauchen auch jemanden, der für diesen feinstofflichen Bereich, bei denen ist der Schamanen natürlich so ein hochkomplexes Wesen, das eigentlich alles Mögliche vereint. Also ich sage es mal, Naturheilkundler, Psychologe, Energetiker, Wesensführer, Psychopompus, Seelengeleiter und ja, also Künstler, Geschichtenerzähler. Also der ist ja so ein Universalgenie in einer Person und die haben ja häufig auch noch einen ganz regulären Job. Das ist ja auch für die kein, für viele ist das ja kein Segen, sondern es ist eher ein Fluch, weil sonst haben sie wieder diese Schamanenkrankheit an der Backe und dann müssen die, tagsüber machen sie, sind sie Polizist oder auf dem Feld, am Schuften und nachts machen sie noch den Heiljob. Also das ist echt ein Knochenjob. Also viele, viele werden auch nicht so ganz alt. Das müsste man nochmal hier im Westen so den, den Hobby-Schamanen mal erzählen, dass das was für ein Knochenjob das dann eigentlich ist, wenn man in so einer Indigenkultur dann zum Schamanen berufen ist und neben seiner Familie, die ihm dann im Regelfall auch eine Großfamilie ist und einer Art Feldarbeit unter Umständen dann dann nächtelang noch Leute gesund trommelt, sag ich mal so. Ja, das ist also sehr despektierlich, muss man sagen, wie dann in westlichen Kultur dann da auch, das sehen auch viele indigene Kulturen sehr kritisch, wie wir dann halt so im Westen jetzt so auch das noch von ihnen wegnehmen. Ja, so irgendwie so, ja, das sehen die so ein bisschen auch nochmal als so eine Art spirituellen Raub an. Es ist auch, also würde ich denen voll zustimmen, nehme ich auch so wahr. Meine, bei mir war es auch so, ich habe mich für den Schamanismus interessiert und dann ist das natürlich als Westler erstmal, stillst du dieses Interesse durch Lektüre, liest Bücher zum Thema, wirst erstmal Theoretiker ein Stück weit so und das war natürlich dann irgendwann unbefriedigend und dann habe ich diese Nepal-Reise gemacht dort, dann wollte ich eben als Schamanen wirklich kennenlernen, das habe ich auch erlebt und habe dann aber Verschiedenes festgestellt. Zum einen habe ich festgestellt, auch wenn ich ganz begeistert bin, oh Schamanismus, ja, das ist weder etwas, was ich adaptieren kann, noch will, weil ich auch einfach gemerkt habe, wir haben in unserer Kultur so unsere eigenen Techniken, die man natürlich, man kann sich dort inspirieren lassen und viel lernen und reflektieren, aber die sich meiner Meinung nach auch nicht verstecken müssen und das ist auch einfach ein Weltbild, es wäre, ich hatte das für mich das Gefühl, es ist jetzt sehr subjektiv, es wäre dann fast schon albern, so warum, warum soll ich jetzt da so versuchen, so ganz fest reinzukommen, das fand ich es irgendwie eher dann interessant, es kennenzulernen, es zu würdigen, reinzuschnuppern, zu schauen, was kann ich persönlich übernehmen, aber ich muss jetzt hier in Deutschland nicht mit der Schamanentrommel heilen, also kann es auch nicht, gab keine andere Dinge vielleicht, aber und da fehlt dann glaube ich manchen, so finde ich irgendwie so diese gesunde, selbstkritische Haltung, so zu den Bereichen, die dann irgendwie schwer begeistert, sich vielleicht auch überschätzen oder verschätzen. Ja, das kann schon so sein, sprich nichts gegen Trommeln, wie ich finde. Nein, wie gesagt, da gibt es ja auch diese Schule zum Beispiel der extratischen Trance-Haltung nach Gutmann und so, wo du einfach relativ schnell mit bestimmten Körperhaltungen über einen bestimmten BPM-Rhythmus schon auch wieder in veränderte Bewusstseinszustände kommst. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, die Frage ist glaube ich, immer mit was für einer, auch Grundhaltung macht man bestimmte Sachen und auch vielleicht mit was für einem Respekt, würde ich sagen, vor der ganzen Sache. Die Arbeit mit diesen Trance-Haltungen, das wäre vielleicht nochmal interessant für die, die das nicht kennen, wenn du das nochmal erklärst. Mir ist das bekannt, was dahinter steckt, weil den Ansatz finde ich auch sehr spannend. Ja, also die Felicitas Gutmann, das war eine Wissenschaftlerin, eine Forscherin, die hat eben halt hinterher in einem Apache-Reservoir gelebt selber und hat dort eben dann rituelle Trance-Haltungen untersucht, die man zum Teil auf prähistorischen Abbildungen gefunden hat, rund um den Globus. Irgendwelche bestimmten Körperhaltungen, die dort irgendwie ein bisschen erstmal seltsam schienen und oftmals keinen Sinn ergeben haben, so in der Form. Und dann hat sie eben festgestellt, dass wenn man diese Haltung für eine gewisse Zeit einnimmt und dann eben eine Trommel in einer bestimmten Geschwindigkeit geschlagen wird, dass dann auch das Bewusstsein anfängt, quasi den Kanal, worüber wir vorhin sprachen, zu öffnen und aufzumachen. Und dass du über die Haltung, die jeweilige Haltung und die Spannung, die du in der Haltung dann hast, dass du darüber ein Stück weit auch dieses Navigieren kannst, was du da erlebst und wie du das erlebst. Und das ist so eben das, auch was bei der klassischen schamanischen Reise dann ja letztendlich eigentlich auch passiert. Das ist also, bei der schamanischen Reise sind die Reisen häufig ein bisschen passiver und da ist es ein bisschen mehr aktiver und Körpermitte runter dann halt. Kann man das entfernt vom Ansatz her mit den Asanas im Yoga vergleichen? Entfernt. Vielleicht schon, ja, also vielleicht schon. Da ist natürlich die, wie soll ich sagen, da wird ja meistens nicht irgendwie nochmal eine Livemusik zugespielt. Aber klar. In manchen Yoga-Studios hier schon. Nein, aber ich weiß, so, natürlich. Nee, aber da geht es ja auch um Körperstellung und einfach die Erkenntnis, dass es Körperstellungen gibt, die nicht beliebig sind und die was mit uns machen. Also letztendlich geht es ja, also es gab ja auch anscheinend in unserer Kultur, also oder in der germanischen und keltischen Kultur, gab es ja wahrscheinlich auch bestimmte, ja, so Qigong-artige Sachen, die dann Runen auch möglicherweise dargestellt haben. Da gibt es ja so verschiedene Theorien auch zu. Das ist ja eigentlich alles, wenn du der Qigong oder so dir heute in Asien anguckst und so, es geht ja alles letztendlich immer auch um Energie, um Harmonisierung von Energie, ja, und das sind eigentlich die Vorfahren von dem, was da hinten in der Ecke steht, von Tesla und Lakowski und Reif und Reich und Co., also die Leute haben, die Schamanen haben das eigentlich gemacht, was diese Techno-Schamanen dann Anfang des letzten Jahrhunderts alle entdeckt haben, ja, auch. Ich muss spontan, fällt mir auch ein, auch Rudolf Stein hat doch mit der Eurothmie so ein bisschen sowas in die Richtung auch gemacht. Stimmt, mit Verbindung noch dann mit Lauten und Körperhaltung. Ja, den haben sie ja auch abgefackelt, ne? Das erste Güterneum wurde ja, ist ja in Flammen aufgegangen. Jaja, soweit ich weiß, ich weiß nicht inwieweit das historisch gesichert ist, mir hat es mal ein sehr erfahrener Anthroposoph erzählt, wurde auch mal ein Mordanschlag, ein Giftanschlag an Rudolf Steiner verübt, den er dann überlebt hat. Das wusste ich nicht. Ja, ist glaube ich nicht historisch gesichert, ist so eine Szene-Info. Ich habe es nie überprüft, aber es ist denkbar, so kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist schon interessant, wenn man sich das mal so anguckt, in der Genese, hätte ich mal gesagt, jetzt so da vom, ja, von der Zeit der Besetzung jetzt der Römer angefangen, bis hin dann zum Mittelalter der Hexenverfolgung und so weiter, dann die Neuzeit auch. Alle, die sich irgendwie mit diesen Phänomenen beschäftigt haben und auch mit den Energien dahinter und so, sind nicht so, wenn die bekannter waren, sind die nicht ganz so gut immer durchgekommen, häufig. Also, die da wirklich wesentliche Dinge entdeckt haben, die hatten dann häufig irgendwelche Probleme hinterher. Ich sage nur Stichwort Wilhelm Reich. Ja, oder alle. Wilhelm Reich ist auch einer, der mich sehr inspiriert hat. Reich ist in den USA im Gefängnis gestorben und ich meine, Reich hat mit dem Orgon, er hat mit Bioenergie gearbeitet, geforscht, stand so total im Kontrast, zur selben Zeit gab es die Atombombe, die Atomenergie, also so destruktive Energieforschung, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und Explosion, ne? Ja, und er dann so mit diesem... Statt der Implosion. Mit diesem bioenergetischen Gegenmodell und der Mann wird verfolgt, inhaftiert, stirbt dann am Herzinfarkt. Die Bücher verbrannt, ne? Ja, ich hab damals, als ich so die Geschichte von Wilhelm Reich das erste Mal so las, hab ich gedacht, wow, das war so ein moderner Giordano Bruno. Ja, ja, ja. Irgendwie also ganz interessant, ja. Ja, tatsächlich, ne? Also, ähm... Also, weil es ist alles Verschwörungstheorie, was der so entwickelt hat und deswegen, deswegen haben die auch so viel Wert drauf gelegt, dass auch die letzte Kiste, die er entwickelt hat und das letzte, letzte Cloud-Pass und so, das alles vernichtet wird. Aber bis in die 60er hat man die Sachen gejagt und zerhackt und verbrannt und weil das alles Schwachsinn war. Bis heute noch verbrannt. Ich hab auch Bekannte, mit denen hab ich mich über Wilhelm Reich unterhalten, die sich jetzt auch mit Psychotherapie befassen und dann immer, ah ja, Reich, das war ja so irgendwie so der Spinner und, ne, das wurde ja auch alles schon überprüft und wissenschaftlich überlegt und ich denke dann immer, von wem denn? Wann denn? Ja, genau. Wo denn? Tatsache ist, vieles bleibt ein Rätsel, weil das so vernichtet und zerstört wurde, aber das ist schon so ein Denker und Mann, wo es lohnwert wäre, ihn mal wieder auszugraben und sich näher anzuschauen. Also ich glaube, durch die Zeiten hat sich immer wieder so eine gewisse, ich sag mal, so ein gewisser schamanischer Genius auch in Einzelnen immer wieder manifestiert und ist da durchgeflossen. ganz unabhängig. Aber wir können feststellen, auch ohne Kircheninquisition, auch im letzten Jahrhundert gab es immer wieder Kräfte, die doch letzten Endes die Menschen sabotiert und unterdrückt haben oder versucht haben, klein zu halten, die in Bereichen forschen, die vielleicht wirklich nachhaltig unsere Zivilisation oder Kultur zu einem Bewusstseinssprung verhelfen könnten. Kann man das so sagen? Ich würde es so sagen. Viele Technologien, die viele Probleme, die wir heute haben, lösen könnten, sind ja auch in der Schublade verschwunden. Das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, wir sind jetzt langsam, auch wir quatschen, schon ungefähr anderthalb Stunden. Vielleicht kommen wir langsam so zum Ende von unserer Sendung. Wie gesagt, also Jörg, tausend Dank. super interessantes Gespräch. Es war mir echt ein Vergnügen, eine Ehre, mit so einem Experten in so vielen Themenbereichen zu sprechen, so vielen Themenbereichen, für die ich auch brenne, die mich auch interessieren und toller Austausch. Also hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, schön, danke. Freut mich auch. Ich habe auch ein paar Infobroschüren, wenn das interessiert, kannst du für noch verlinken. Ja, also wie gesagt, die Sendung erscheint ja auf unseren beiden Kanälen. Wer das hier jetzt bei mir schaut und Jörg noch nicht kennt, schaut euch unbedingt seinen Kanal an, schaut euch das Freirauminstitut an. Ich werde die ganzen, das alles hier, die Internetseiten und so verlinken. Und wie gesagt, wer das hier auf Jörgs Kanal sieht, schaut doch mal bei mir rein, Charles Fleisch, eine geheimnisvolle Geschichte. Lohnt sich auch. Ja, ich mache eher historische Sendungen, aber schaut mal nicht nur, also schaut mal da rein. Du kennst ja auch meinen Kanal so ein bisschen und ich glaube, es hat dir auch gefallen, was du gesehen hast. Ja, gerade die Mithras-Sachen, super spannend, echt. Ja, ich habe da drei Sendungen zum Mithras-Kult, also ich glaube, wer sich für Schamanismus, für Mysterien und so weiter interessiert und auch für Geschichte, der wird dort echt Interessantes finden. Also schaut auf beiden Kanälen unbedingt rein. und in dem Sinne, ja, tschüss liebe Leute und bis bald. Danke für die Einladung, danke fürs Interesse, fürs Zuschauen und alles Gute, viel Kraft und eine gute Potenzialentfaltung sende ich jetzt mal vom Bodensee aus. Tschüss.